ja natürlich sie dienen ihrem baum wir wollten schon mit plakate wir wollten schon viele plakate machen wo ist dieser schicke lasst den schicke frei ich habe hier keine ruhe vor diesen ganzen leuten das kann doch nicht wahr sein der hund kriegt keine luft der hund kriegt viel duft aber keine luft hinterlässt viel duft aber kein luft ja Wie geht's dir, Arme? Blendend. Aber die Ereignisse, die in der letzten Zeit passieren, das, was den Christen, das ist ja ein, wie nennt man das, das sind nur die Wehen für das, was auf uns noch zukommt mit der Christenverfolgung. Das, was der Bischof da erlebt hat, das erleben tagtäglich die Christen unter islamischer Herrschaft. Und das kann keiner bestreiten. Das ist absolut bösartig, absolut bösartig. Ja, natürlich wird man bei so einem Thema mehr oder weniger fleischlich und so will am liebsten, ja, du willst schon was anwenden, lieferst du wieder Kamelurin raus, natürlich. Oh, danke, Tony. Kamelurin für alle, das wisst ihr doch. Ja, auf jeden Fall, lasst uns mal bitte die Statements von CP dazu anhören. Das ist so bösartig, ne? Überhaupt nicht aus dem Heiligen Geist, einfach aus seinen fleischlichen Begierden. Ja, hört euch das mal bitte an. Das ist so extrem, ne? Man, die sind so kalt. Like every Christian priest, he will go in YouTube and he will condemn Mohammed. Just wait. One, two, three, zero. Where are they? Where are they your priest? Achtung, was er jetzt gleich sagt, ne? Das ist so krank. Der will den Leuten nicht vergeben, ne? Der will seinen Peinigern sozusagen nicht vergeben. Okay, mit Protestanten. Wir will starten mit allen anderen. Dokes. Wir wissen nicht Jesus. Wir sind nicht für Christ. Das ist so pösartig. Und wenn jemand ist ein Terrorist, bete für ihn. Siehst du, der macht sich lustig. Bete für den Terroristen. Guck mal hier. Habt ihr das gerade gehört, wie der sich lustig macht darüber? Guck mal, die Christen. Die beten für, der betet doch für Terroristen. Guck dir das mal bitte an. Was der Sipi da macht. Der macht sich so lustig über euch, die auf den Herrn Jesus Christus hören. Also uns, die auf den Herrn Jesus Christus hören. Und der sagte, liebe deine Feinde. Tu wohl denen, die dich hassen. Und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Guck mal, der macht sich lustig darüber. Das ist so heftig. Ja, natürlich ist er sauer, aber trotzdem. Aren't you sick? Der sagt, die Christen, die das machen, sind krank. Ist es Zeit für euch, Protestanten, Katholischen, Orthodoxen, zu beunen? Ist es Zeit für dich, dass diese Menschen nicht wehren, wer du bist? Ja, als würden wir das nicht wissen. Als würden wir nicht wissen, dass die Welt uns hasst, weil wir zum Herrn Jesus Christus gehören. Warum? Weil der Herr das doch schon gesagt hat. Ihr werdet gehasst werden von allen, weil ihr zu mir gehören. Nein, der Sipi ist nicht Orthodoxen. Ist es Zeit, um zu verstehen, dass der Geist, der dich zu beurteilen wird? Es ist nicht wichtig, ob du protestant, orthodox oder katholisch bist. Ja, genau, das ist fleischlich, nicht katholisch. All die Menschen, die sind christianisch, sie sind nicht klar. Sie verstehen nicht, was das bedeutet, katholisch oder katholisch. Sie wissen nicht, was das bedeutet. Der Geist, der dich zu beurteilen, hat dich zu beurteilen, und du folgst. Ja, sehr schön. Ich bin kein Katholiker, aber ich bin für ihn. Absolut, er ist mein Bruder in Christus. Er ist kein Katholiker, aber er ist sein Bruder in Christus. Obwohl er ihn nicht kennt, gar nicht. Er sagt, wer in mir glaubt, in mir und ich will leben. Nicht wer, in dem, der protestant oder katholisch ist, oder in dem, der stupide Namen du hast. Wieso, der Sipi sagt, jeder, der mich glaubt, nicht, wenn ihr sagt Orthodox, Katholikin und so, oder jeden bescheuerten Namen, den ihr euch da gebt. Siehst du, wie hart er spricht? So, wir als Christian, wir sollten uns aufwachen. Der denkt, der kann noch was ändern. Wir sind hier für das, ja. Aber wir sind auch die Kreuzzügler in der selben Zeit. Ist das zu fassen? Der will so einen Krieg führen. Der Sipi gehört eher zu Jesus Christus, wenn er solche Wörter spricht. Sag mal jetzt ehrlich. Wenn ihr das hört von Sipi aus seinem Mund, ist das Christus, ist das aus dem Heiligen Geist oder ist das sein eigenes Fleisch? Und stellt euch mal vor, tausende Leute hören ihm zu. Und die folgen ihm und machen das, was er sagt. Die folgen also Sipi und nicht Jesus. Wahnsinn, ne? Anstatt die Christenheit sagt, ey, das, was du sagst, das ist absolut nicht aus dem Heiligen Geist, sondern aus deinem Fleisch. Keiner der Apostel hat irgendwie Gewalt angewendet, sondern sie sind alle als Märtyrer durchgegangen. Stephanus, der gesteinigt wird und sogar noch für seine Feinde betet. Herr Jesus, rächte ihn die Sünde nicht an. Und was willst du die P-Machen, der will ihn die Leute reinschlagen. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Ja, das ist das, weil er sich denkt, ja, mit Christentum sozusagen kommen wir nicht weiter. Wir müssen halt unsere eigene Version daraus machen mit Jesus. Absolut bösartig, ne? Genau wie die Menge, die vor der Kirche stand und den Typen lynchen wollte, ne? Habt ihr das gesehen? Bringt ihn raus, bringt ihn raus. Das ist so krank. Obwohl der Herr Jesus Christus für seine Feinde, für diejenigen, die ihn gerade kreuzigen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was macht die P? Ich werde da reinballern. Das ist so heftig. Hört euch das mal bitte an. Achtung, jetzt gleich kommt die Rasse raus. Egal zu 61 Tonnen von Explosiv. Danke, Vater. Was ist die Sprache, die diese fehlte Kulte versteht? Danke, Vater. Ich denke, die Antwort wird, was Israel wird tun. Für diese fehlte Kulte verstehen sie eine Sprache. Sie verstehen nicht Respekt, aber sie fühlen. Ja, okay, wenn der Islam, dieser Kult, dieser Satanskult, nur eine Sprache versteht, dann sagt der Herr, du sollst ja nicht mit Gleichem vergelten. Der CP, der ist heftig, der will Gewalt anwenden. Das ist ja das Krasse. Merkt ihr? Ja, natürlich ist es CPI, in Ordnung, aber Venezuela. Wenn man sowas sagt und nicht sagt, das ist mein eigenes Fleisch, sondern das, was der Herr da lehrt, dann muss man dagegen etwas sagen und sagen, nein, das, was du sagst, ist aus deinem eigenen Fleisch. Versteht ihr? Sibils Aufklärungsarbeit über den Islam ist absolut top, da kann man nichts dagegen sagen. Aber hinzugehen und zu sagen, so meint der Herr das, dass wir die Leute einrichten sollen, die uns gerade verfolgen und so. Nein, 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 nein. Aber immer, Russ, du wirst dich verfolgen, mehr als du schon verfolgen bist. Schau dir an, deine Länder sind verfolgen, Veröffentlichung, keine Arbeit. Aber auch immer, die haben alle Öl im Weltall. Armin, stell dir vor, jemandem aus deiner Familie passiert so etwas. Da wird man Fleisch nicht... Ja, sag ich doch. Da muss man aber differenzieren können, oder? Dann sagst du, ich spreche gerade aus meinem eigenen Fleisch. Ich weiß, dass der Herr etwas anderes sagt, aber ich spreche gerade aus meinem Fleisch. Das Problem bei ihm ist aber, dass er sagt, nein, nein, so ist das. So sagt die Bibel das, so lernt die Bibel das. Und alle, die mir was dagegen sagen, wir sind dumm. Das ist das Krasse. Das ist das Heftige. Das ist doch das Heftige. Ich würde verstehen, wenn er differenzieren würde und sagt, ich rede gerade aus meinem Fleisch. So wie ich das immer differenziere und sage, weltlich gesehen, von einer weltlichen Perspektive. Warum machen wir das denn? Nicht, was der Herr gerade sagt, sondern aus einer weltlichen Perspektive. Immer und immer wieder. Aber er sagt, dass das so zu vertreten ist. Das ist ja Wahnsinn. Hör mal, hör mal, was der gleich sagt. Der macht sich sogar lustig über Mahlmali, dass er für seine Feinde bittet. Guck mal hier. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist nicht das Land, das Problem. Das sind die Menschen. Look at Iraq. Das ist aus dem Irak. All die Weils aus dem Irak. Das ist nicht die Elektrizität. Das ist nicht die Ereignisse. Das ist nicht die Ereignisse. Das Schia Sie haben viele Kinder die sterben Ich sah ein christianer Mann, er ist mir ein Video Er sagt, dass wir die poor Kinder in Yemen helfen sollten Das ist ein christianer Mann, das ist ein christianer Mann Sie wissen, was sie sind? Die Leute haben viel mehr Geld als Sie Das ist Sie die Hilfe Das ist so cool Sie sagten, meine Freunde von Singapur Die christianer Mann, die 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 Kirche für die Kirche senden Geld zu Gaza sie sie aus der Kirche Sie wollen sie Geld zu Gaza Siehst du, der CP verurteilt also Christen, die ihre Feinde helfen wollen sogar Habt ihr das gerade gehört? Wie heftig, obwohl der Herr sagt durch den Apostel Paulus Speise deine Feinde Gebe ihnen alles, was sie brauchen damit sie heiße Kohle auf ihrem Haupt sammeln Ich weiß nicht, welche Bibel der CP liest Aber der redet gerade aus seinem eigenen Fleisch Das hat nichts mehr mit Heiligen Geist zu tun Natürlich ist das schwierig, das durchzusetzen Aber da muss er differenzieren und sagen Ja, der Apostel Paulus hat uns gelehrt dass wir sogar unsere Feinde speisen sollen Und ihnen alles geben, was sie brauchen Damit sie feurige Kohle auf ihrem Haupt sammeln Weil sie uns schlecht behandeln Behandeln wir sie aber mit Güte und Liebe Versteht ihr? Okay Verstehe ich, dass der auch nur ein Mensch ist Warum differenziert der aber nicht? Und sagt das, was ich gerade sage ist aus meinem eigenen Fleisch Aber der macht die Leute an und sagt Ihr habt doch keine Ahnung von Christentum So, dieses Überhebliche Das ist das Krasse Und die Christen in den Kommentarbereichen haben sich natürlich übelst aufgeregt Die haben gesagt, das, was du gerade sagst Entspricht nicht der Lehre des Herrn Du redest da gerade aus deinem Fleisch Und da hat er die Leute angemacht Hat er gesagt, ihr seid dumm, ihr seid verrückt Ihr seid bekloppt und sowas Nein Also die Leute, die sich da aufgeregt haben In den Kommentarbereichen Die haben absolute Berechtigungen gehabt Die haben zu ihm gesagt, das, was du sagst Ist nicht in Ordnung Selbst wenn er das gemacht hat Du gehörst doch zum Herrn Jesus Der Jesus Christus Habt ihr ja absolute Gewaltlosigkeit beigebracht Absolut Wenn ihr unter Verfolgung steht Dann flieht in die nächste Stadt Das sagt der Herr Und wir sollten auch bereit sein Unser Leben zu lassen für den Herrn Ja, ich hätte mir gewünscht Dass sie wieder differenziert Also der nennt uns blind und tot Das machen die doch Das machen die doch Das machen die doch Das machen die doch Der Sibir, der denkt so, dass die Christen nur Geld nach Gaza senden Schau dir das mal bitte an Wird ja so verallgemeinert Wird ja so verallgemeinert Wird ja so verallgemeinert Ja, das ist die Und die Christen, die wollen sich in Gaza Einfach der Trend von dumm Einfach der Trend Die Homosexuelle und Gäste wollen sich in Gaza Die Homosexuelle und Gäste wollen sich in Gaza Die werden sich in Gaza verfallen Und wenn die Homosexuelle und Gäste gehen, sind sie in zwei Sekunden Und guck mal hier, das macht ja richtig gut, der Mann, Mali, pass mal auf, was er sagt. Achtung. Das ist aus dem Heiligen Geist gesprochen. Schaut euch das mal bitte an. Jetzt vergleichen wir den Unterschied zwischen jemandem, der gerade von jemandem abgestochen wird sozusagen und den Heiligen Geist in sich wirken lässt und dann CP mit seinem Fleisch. Schaut euch das mal an. The people, the Lord has given you, love them. The people, the Lord has brought them your way, embrace them. The people, the Lord has put you in the midst of them, pray for them. Wahnsinn. And look after them. Das sind Worte. Es spielt keine Rolle, ob sie dich hart behandeln oder eine Zeit geben, die dich zu schaffen macht. Guck mal hier, wenn jemand spricht aus dem Heiligen Geist. Schau mal. Es doesn't matter, they are nice to you and sometimes not so nice to you. It matters not. The Lord gave you these people. Maybe to you this person is not smart enough. Is not beautiful enough. Who cares? Do you think you're smart or beautiful? You're not. All of us are the same. Every single one of us has in us good things and bad things. Beautiful things and not so beautiful things. But what matters is one thing. Focus on the Lord and embrace everything the Lord gives you. Aha. Even the partner you're with, who has a pain in the neck. Thank God. Danke Gott für alles, was du in deinem Leben hast. Siehst du, der Herr sagt ja auch, ihr werdet um meines Namens willen gehasst werden, verfolgt werden. Wenn dich einer schlägt, so gib ihm die Linke da. Wenn dich einer zwingt, deinen Mantel zu geben, so verwehr ihm das nicht. Wenn dich jemand vor Gericht zehrt, das ist der Wahnsinn. Der Herr Jesus Christus hat ja seinen Mund nicht aufgetan. Das ist so heftig. Hallo? Segnet Amir. Alle, die in Gott segnen euch und eure Familie. Danke, ich auch. Ich wollte mal was dazu sagen in Bezug auf diesen Bischof. Du weißt ja, das ist ja natürlich tragisch, dass wenn Menschen attackiert werden oder sonst irgendwelche Sachen. Dafür sollen wir natürlich beten für unsere Feinde. Aber Bruder Amir, du darfst nicht vergessen, dieser Bischof, der ist orthodox. Ja, ich weiß. Das bedeutet, er hat nicht aus seinem Heiligen Geist gesprochen, weil er den gar nicht haben kann. Der Mann, er segnet, er sagt ja jetzt zum Beispiel extra, er segnet diesen Täter, dass er umkehrt. Meiner Meinung nach könnte das auch eine Inszenierung sein von der Kirche, damit die wieder gut dastehen, um zu sagen, ihr kommt wieder zurück in die Kirche. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das wissen wir nicht, das sind Spekulationen. Aber der Marmari kann ja auch teilhaftig des Heiligen Geistes sein. Nicht versiegelt, sondern so wie der Hebräerbrief sagt, dass die Leute auch teilhaftig des Heiligen Geistes sein können. Ja, aber Bruder, wie lange soll er denn teilhaftig sein? Dieser Mann, glaubst du nicht, dass der etwa die Bibel unnormal gut kennt? Meiner Meinung nach, er kennt die Bibel unnormal krass. Und wenn einer den Heiligen Geist hat, der Heilige Geist, der würde es niemals zulassen, dass du über Jahrzehnte in einer falschen Lehre gehst. Weißt du, wie ich das meine? Eigentlich nicht, ja. Deswegen, wir müssen, Bruder, wir dürfen nicht emotional sein. Wir müssen auch hart. Ich bin auch nicht emotional. Ich sage ja auch ganz normal, ich muss ja nicht mit diesem Bischof eins werden. Ich bin auch nicht einverstanden mit dem, was du zum Beispiel gesagt hast über Trump. Wo ich gesagt habe, das hat mir schon gereicht, da wusste ich, alles klar, das stimmt irgendetwas nicht. Aber wenn er zum Beispiel solche Worte wählt und sagt, dass man zu denen halt lieb sein soll, die Böses im Schilde haben, da sagt er absolut nichts Falsches. Ja, aber Bruder, wie macht der Satan das denn am besten? Dass er die Leute ein bisschen wonig um den Mund schmiert, dass sie sofort auf die emotionale Schiene fahren. Weißt du, wie ich das meine? Wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein und die Leute warnen, dass auch dieser Bischof nicht gerettet ist. Ja, du hast recht, ja. Da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Also ich wollte da nur das mal eben sagen, weißt du, weil die Leute, die müssen gewarnt werden. Der Mann hat sehr viel Reichweite. Ich sage mal so, es könnte Spekulation sein. Es weiß keiner, ob der vielleicht ein involvierter Geldkeeper ist, um Leute zu verführen. Ich weiß, aber ja, wo er auf einmal gesagt hat, wählt Trump. Und der wollte irgendwas aufhalten und so, da war mir schon alles klar. Da stimmt irgendetwas nicht. Aber das tut mir leid für ihn, dass da irgendjemand da hingeht und ihn absticht und sowas. Ja, natürlich, natürlich. Wir müssen für diese Leute beten. Und die Leute, die draußen vor der Kirche oder wo das passiert ist, gewartet haben, hast du gesehen, wie die gesagt haben, bringt ihn raus, bringt ihn raus, bringt ihn raus. Also die wollten ihn schon, haben ihm ein hartes Urteil gewünscht, anstatt zu sagen, anstatt zu sagen, betet bitte für ihn, dass er den Herrn annimmt. Warum haben die das nicht gemacht? Da hast du ihre Gesinnung erkannt. Ja genau, die haben einen bösartigen Geist, sehr, sehr bösartig. Wenn sie den Heiligen, jeder Mensch, das bestreitet keiner, jeder von uns kann mal fleischlich werden, wir müssen aber sagen, tut mir leid, demütig sein. Wir waren fleischlich, das war nicht aus dem Geiste heraus. Das müssen wir dann erwähnen, verstehst du? Ja, so wie ich das gerade bei CP gemacht habe. Wenn ich so irgendwas aus dem Fleisch rede, dann sage ich jetzt weltlich gesehen. Nicht, dass ich jetzt gerade so rede, als würde ich aus dem Heiligen Geist sprechen, dass das, was ich gerade sage, weltlich ist. Stellt euch mal vor, aus der weltlichen Perspektive, siehst du, ich unterscheide immer. Ja, 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 das müssen wir auch. Wir müssen ja ein Urteil fanken, ne? Nein, das hat doch niemand gesagt, dass sie ihn küssen sollen. Aber die Leute wollten ihn ja lynchen und das ist falsch. Das wissen wir ganz genau. Naja, weil Bruder Amir, zum Beispiel gestern, du kennst ja Bruder Axel auch, war es ja bei ihm auch im Live öfter und so, ne? Da kam so ein Typ hoch gestern, der hat mich ja voll angemacht, der meinte, du bist voll auf Drogen, weil ich gesagt habe, ja, es ist tragisch. Aber der Mann ist nicht gerettet, weil er in einer falschen Lehre irrt, ne? Und das über Jahrzehnte. Da sagt er, bist du verrückt und sowas, bist du auf Drogen. Der Mann ist mehr gesignet als du, er kommt eher in den Himmel als du. Hast du dir seine Predigten angeguckt? Da habe ich zu ihm gesagt, hör mal, ich brauche seine Predigten nicht mal angucken. Ich sehe nur diesen Screenshot da, wo er attackiert wurde. Das reicht schon alles. Weil der Bibel sagt davon, dass wir unser Haupt nicht bedecken sollen, wenn wir predigen. Ja. Nur allein durch solche kleinen Feinheiten, weißt du, können wir schon solche Dinge erkennen. Und das ist wichtig, dass die Christenheit darauf achtet. Naja. Weil, Bruder, wir müssen zum Beispiel, als wir Buße getan haben, was sagt denn Johannes 3, Vers 3? Wahrlich, 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 ich sage auch, ich sage dir, wer nicht von neuem geboren ist, wird das Recht Gottes nicht sehen. Was bedeutet das, die Buße, die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt bedeutet, taufe mit dem Heiligen Geist. Und meint ihr ernsthaft, der Heilige Geist würde es zulassen, dass du Jahrzehnte in einer falschen Lehre bist? Bei mir, ich war am Anfang, wo ich den Herrn Jesus noch nicht mal kannte. Da war ich auf der Suche. Und der Herr hat mich schon innerhalb von ein paar Tagen schon gezeigt, hat zu manchen Leuten keinen Kontakt, weil er mich da geführt hat. Ja. Das über 30, 40 Jahre. Der Mann, der kennt die Bibel in- und auswendig. Er weiß genau, wovon er spricht und er handelt komplett entgegengesetzt. Ja, einige Punkte bei ihm sind sehr, sehr zu bemängeln. Nein, das ist das, da hast du schon recht, dass die Lehre da nicht so richtig sitzt. Aber das, was der halt sagt, der zieht halt sehr viele Menschen auf seine Seite. Ja, und das ist aber Verführung, Bruder. Das ist natürlich eine sehr, sehr traurige Sache. Wir dürfen niemals irgendwie, wie soll man das sagen, dieses Unmenschliche an den Tag legen. Nein, wir müssen für ihn beten, wir müssen unsere fleischlichen Begierden zurückstecken. Und auch diejenigen zurechtweisen, die falsch lehren, da hast du schon recht. Genau, genau, wir müssen diese Leute zurechtweisen. So wie die Schrift sagt, weißt diejenigen zurecht, die in der falschen Lehre sind und tu deinen Mund auf. Genau, und Bruder, ist das nicht Liebe, wenn ich jemanden hart ermahne? Oder muss ich all Versöhnung machen, wie die ganzen anderen TikTok-Päpste? Nein, du bist ja ein Bruder im Glaube. Nein, du Katholik bist auch ein Bruder im Glaube. Warum warnst du ihn nicht, wenn du doch wiedergeboren bist? Ja. Es gibt die Leute doch, dass die in einer falschen Lehre sind, die müssen umkehren. Ja, natürlich, klar, muss man erwähnen. Ich urteile und ich darf auch urteilen. Ich darf urteilen. Okay, Armin, das wollte ich dir nur sagen, ja? Okay, Gottes Segen, mein Lieber, ja? Gottes Segen, ciao, ciao. Ja. Wo bist du, lieber, wer bist du, dass du am Arzt? Jeder einzelne wiedergeborene Christkind Gottes kann natürlich die Lehre begutachten, beleuchten und aus dem Heiligen Geist gucken, ob das, was der lehrt, auch biblisch ist. Ja, ist natürlich ein schwieriges Thema, aber wir müssen zur Bibel stehen, nicht zu irgendwelchen Gelüsten, die in uns ist. Oder halt Emotionen. Der hat doch gesagt, dass er froh ist, dass er überlebt hat und dass man für ihn beten soll. Er hat ihn ja nicht schlecht gemacht oder so. Es geht um die Lehre. Leute, ihr müsst ihr differenzieren. Genau. Treue zum Wort. Und wenn die Menschen etwas Falsches sagen, dann muss man dagegen etwas sagen. Mir ist egal, ob der eine XYZ seine fleischlichen Begierden an den Tag liegt. Wenn du etwas Falsches lehrst, dann musst du damit rechnen, dass es Leute gibt, die etwas dagegen sagen. Dass du da und da etwas Falsches gesagt hast. Wenn du also hingehst und zum Beispiel weltliche Instanzen empfiehlst und versuchst, irgendwie das System zu verändern, obwohl alles in der Hand des Herrn liegt. Aber was ist das denn für eine Lehre? Ist das Menschenlehre oder was ist das für eine Lehre? Das muss jeder, jeder muss das ja sofort erkennen. Einen Moment. So. Ja, wir müssen zur Lehre stehen und nicht zu XYZ. Wenn jemand gut lehrt, richtig lehrt, dann muss man das sagen. Wenn jemand falsch lehrt, dann muss man das Kind beim Namen nennen. So einfach ist das. Das ist schon wichtig. Ab acht auf dich und die Lehre. In welcher der heilige Geist auf sie ist. Nein, du bist so katholisch. Nein, ich bin ein Kind Gottesmann. So wie jeder Mensch sein müsste. Alle müssten sie wiedergeborene Kinder Gottes sein. Ansonsten gibt es keinen Eintritt für dich ins Himmelreich. Du musst dir nur das Gleichnis vom, wurde Herr das erwähnt, mit dem Schnitter. Lass sie zusammen wachsen und am Ende wird dann geerntet. Und der Unkraut wird dann abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Genau, keine Konfession rettet, nur die Wiedergeburt. Das muss jedem bewusst sein. Das ist natürlich sehr, sehr heftig, was der Sipi da sagt. Und dann hören ihm noch tausende von Christen dann zu. Aber da siehst du mal, dass die Leute auch so ein bisschen dagegen wirken und sagen, nein, 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 das, was du gerade sagst, ist nicht aus dem Heiligen Geist, entspricht auch nicht der Lehre der Bibel. Weil der Herr Jesus Christus niemals sowas gelernt hat, dass man Gewalt anwenden soll. Niemals. Und dann macht er sich lustig über die Christen und sagt ihm, warum hat der Herr Jesus Christus gesagt, dass wir uns ein Schwert kaufen sollen? Schaut euch das mal bitte an. Da sagt der Sipi, ja warum sollen wir uns denn ein Schwert kaufen? Als wüsste er nicht, dass der Petrus mit der Geschichte mit dem Sölden etwas sagen möchte. Packt das Schwert ein, denn jeder, der zum Schwert greift, umkommen wird durch das Schwert. Und er hat nicht zu dem Petrus, der hat nicht zu Petrus gesagt, schlag weiter in ihn ein. Der hat das Ohr des Söldners geheilt. Und er hat jedem seine Anhänger gesagt, greife nicht zum Schwert, räche dich nicht, mache die Menschen nicht, du weißt schon, in die Ewigkeit schicke. Nein, das hat Sipi gesagt, dass man die Leute, dass man sich Schwerter kaufen sollte. Das ist heftig. Das ist so krass. Ja, da siehst du, dass das nicht aus dem Heiligen Geist ist, was der Sipi da gesprochen hat. Weltlich gesinnter Geist, ne? Weltlich gesinnt. Das ist das Problem. Aber nochmal darauf zurückzukommen, auf die Tat des Typen. Da sagte der, da haben die gefragt, warum hast du das denn getan? Da sagte der Typ, ja, der hat meine Religion beleidigt, der hat meine Propheten beleidigt. Und der Marmari, was hat der denn großartig gesagt, der Marmari? Der hat nur gesagt, dass der Mohammed das aus dem Johannes-Evangelium hat, dass Jesus das Wort Gottes ist und ein Geist von ihm. Also der hat nichts Schlimmes gesagt. Und dann siehst du auf einmal, wie die Muslime schon da ausflippeln. Was meinst du, was die Muslime sich bestimmt gefreut haben über sein, ja, ihr wisst schon. Da haben die bestimmt festgefeiert und haben gesagt, ja, dieser Kärfel, soll der mal schön nackentherapiert werden. Einfach nur bösartig. Wir machen mal bitte Kamello Ritzer. Nein, jetzt nicht. Gleich wieder später. Jetzt erstmal nicht. Kamello Ritzer gibt es jetzt erstmal nicht. Kamello Ritzer hat es jetzt auskamello Ritzer. Gleich wieder. Aber es ist echt erstaunlich, dass es weltweit dann Muslime gibt und sagen, das war kein Muslim. Obwohl er geschrien hat, Allahu Akbar, der hat meine Propheten und meine Religion beleidigt. Deswegen habe ich das gemacht. Und dann sagen die Leute, das war kein Muslim. Ja, weil die Muslime sich in Grund und Boden schämen dafür, ne? Dass jemand da hingeht und so einen alten Mann, ja, fast schon nackentherapiert, ne? Unfassbar. Ja, woher kommt das denn? Woher kommt das, die Muslime? Woher kommt das? Ich weiß genau, woher das kommt. Wer den Propheten kritisiert, der hat nur Nackentherapie verdient. Nur eine Nackentherapie. Nackentherapie. Da siehst du mal, der... Ja, es ist nichts anderes wie zur damaligen Zeit, als Mohammed noch gelebt hat und gesagt hat, wer ist bereit, Kaab ibn Aschaf Nackentherapie zu therapieren? Nö, nichts anderes. Wer ist bereit, Marmari Nackentherapie zu therapieren? Richtig? Und dann stehen einige Muslime auf und sagen, ja, Rasulallah, ich werde das für dich übernehmen. Und der Typ hat gehandelt, dieser, was weiß ich was, das war Syrer oder was war der? Marmari, soll ich Neue Testament folgen oder Alte bitte, ich will das wissen. Du sollst der Bibel folgen, sowohl Altes als auch Neues. Aber, so wie der Herr Jesus Christus dir das beigebracht hat, im Neuen Bund, als Heide, dich unterzuordnen in den Geboten Christi. Die gesamte Bibel ist das Wort Gottes, aber das Neue Testament gilt für dich. Ja, du kannst als Christ das Alte Testament nicht ablehnen. Das geht nicht. Du als Christ, als Nachfolger des Herrn musst dich an das Neue Testament halten, weil du als Heide zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamst. Du hast nichts mit dem Alten Testament zu tun. Du bist ein Heide und kein Jude. Du gehörst zum himmlischen Volk, nicht zum irdischen Volk. Israel ist das irdische Volk Gottes und sie halten sich an das Alte Testament, weil sie ihren Messias nicht erkannt haben und immer noch im alten Bund steht. Ja, sehr, sehr traurig. Sehr traurig. Aber nochmal darauf zurückzukommen, als der Mohammed damals schon die Leute, als sie kritisiert haben, mit was hat er sie denn belagert? Mit Rosen, hat er Rosenwasser mit ihnen gegeben? Hat er zu ihnen gesagt, ja, macht weiter, beleidigt mich und wirft ruhig Müll an mein Haus. So wie der eine Jude das getan hat. Kennt ihr ja die Muslime, die das immer wieder erwähnen, die Geschichte. Schau und wirft Müll vor mein Haus. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Grüß dich. Grüß dich, mein Lieber. Ich habe mal eine Frage. Ja? Wieso beschäftigst du dich eigentlich mit dem Islam mehr als mit deiner eigenen Religion? Ich beschäftige mich sowohl als auch. Hast du ein Problem, wenn du dich mühsdest, dann kannst du ja nicht zuhören. Ich frage ja nur. Deswegen sage, antworte ich dir. Ja, aber du redest ja nur über den Islam. Zu 80%. Okay, aber wenn der Koran nur über die Christen und über das Christentum redet, warum redet der Koran nicht selber über sich selbst? Es geht ja gerade um dich. Ja, aber es geht ja gerade um den Koran. Wir reden ja darüber, dass der Koran ja Blödsinn erzählt über die Bibel. Richtig? Okay, ich habe mal eine Frage, ohne dass du mich vielleicht gleich kickst oder so. Wenn du ein bisschen Mumm hast, darf ich die Frage stellen? Ja, wenn du Mumm hast. Nein, nein, alles gut. Nur mal eine Frage. Weißt du, ich habe mir mal so geguckt, wer bist du eigentlich? Und dann habe ich mir mal geguckt, was du gesagt hast, du warst praktizierender Muslim, richtig? Habe ich das jemals gesagt? Dass du ein praktizierender Muslim warst? Hast du gesagt. Wann habe ich das gesagt und wo habe ich das gesagt? Ja, warum nennst du dich dann Ex-Muslim? Weil wir alle als Muslime geboren wurden und weil ich in einer islamischen Familie aufgewachsen. Also warst du kein Praktizierender. Achso, muss man ein Praktizierender sein? Da hat dein Prophet aber Blödsinn erzählt, oder? Ja, aber warte, es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Hobbymuslime und einmal die Praktizierenden. Und ich frage dich, in welche Schublade kommst du rein? Darf man einfach so Muslime aus dem Islam ex-kommunizieren? Also du warst kein Praktizierender. Was möchtest du denn wissen? Ob du ein Praktizierender Muslim warst? Was heißt der für das Praktizierende? Du bist doch selber gar nicht Praktizierender. Das weißt du ja nicht, oder hast du die Glaskugel? Ich kann in Suche 9, Vers 41 schauen, dass du nicht Allahs Wort praktizierst. Du bist ein Gerd. Okay, hast du am Tag fünfmal gebetet? Brauche ich nicht. Und jetzt? Also warst du kein Praktizierender. Warst du schon mal in Mekka? Also warst du kein Praktizierender Muslim. Also warst du noch nicht in Mekka, du bist kein Praktizierender Muslim. Weißt du, was das Interessante an der ganzen Geschichte ist? Ja, dass du nicht in Mekka warst und kein Praktizierender Muslim warst. Okay, Hoop schreibt gerade, er ist jetzt Christbastard. Was für ein Erbsenzähler. Ja, aber warte mal, antworte mal. Warte mal, wenn jetzt jemand nicht gebetet hat, aber nicht Pilgerfahrt machen kann, ist er dann ein Muslim oder nicht? Nochmal bitte? Ist er, ist einer, der jetzt keine Pilgerfahrt macht, auch Muslim oder nicht? Ich sag mal so, wenn er die finanziellen Möglichkeiten hat und nicht das macht, würde ich eher zum Nein tendieren. Ah, du würdest eher Nein tendieren. Und wenn er zum Beispiel... Wenn er finanziell die Möglichkeit hat und er bewusst nicht hingeht, ist er in meinen Augen kein Praktizierender. Also und wenn er Sakat bezahlt, also nicht bezahlt? Ja, aber jetzt kannst du mich ja mit alles durchlöchern, Amir. Ja, aber das sind ja die fünf Säulen des Islams. Das praktizierst du... Aber... Wo kommen wir dann hin? Nur das Gebet oder was? Was mit dem anderen... Amir, weißt du, was ich traurig finde, wenn ich mir mal... Ich finde deine Aussagen sehr, sehr traurig. Ja, ist ja auch viel, ist ja nur meine Meinung. Das Gebet lerne ich dir in fünf Sekunden, also in einer Stunde alles. Wo ist das Problem? Irgendein auswendig gelernten Schrott kann doch jeder runterbrettern, oder? Das Problem liegt darin... Weißt du, wenn ich mir mal deine Historie ansehe, ne? Ich komme dir wieder mit der Historie. Ja, aber ganz kurz. Wieso komme ich dir denn dort? Das wird doch Flecken auf deiner Weste, Amir. Reicht dir das, wenn ich zum Beispiel Koranzuren rezitiere? Reicht das aus, dass ich ein praktizierender Moslem war? Nein. Aber was muss ich also tun? Sag ich dir. Ich möchte gerne mal über deine Vergangenheit mal sprechen. Ja, was muss ich denn tun, um ein Moslem zu sein? Was müssen wir tun, damit wir Muslime sind? Worauf ich hinaus will, du weißt, du springst doch von Hochzeit zu Hochzeit, Amir. Du weißt doch selber nicht, was du willst. Ja, ist doch so. Früher warst du Rapper. Rapper? Ja, dann warst du Moslime. Rapper? Ja, dann bist du Neugeborgen. Ja, was bist du denn jetzt? Was bist du denn in drei Jahren? Ich sage auf jeden Fall Rapper. Ja, genau. Rapper. Ja, und was bist du in drei Jahren? Rapper weiß. In drei Jahren bist du Buddhist, oder was bist du in drei Jahren? Ich kann nicht mehr. Was war ich? Woppa. Boah, du bist doch kein Schuhjunge, der dich darüber lustig macht. Was bist du in drei Jahren? Erzähl mal. Ich will dir mal deinen Quatsch hier lustig machen. Komm mal, auf mich. Was bist du in drei Jahren? Was suchst du überhaupt hier in Deutschland? Sollst du nicht die Hitcher vollziehen? Du toller Moslem. Kommen wir nicht mit sowas. Ich habe mehr Steuern für das Land mehr getan, als du und dein Bruder zusammen. Kommen wir nicht mit sowas. Dann sagt er auf einmal, kommen wir nicht mit sowas. Siehst du, was für ein Heuchler du bist? Ich sage dir gerade, ich habe mehr für dieses Land getan, als du. Das spielt keine Rolle. Du bist doch ein Moslem. Du bist doch ein Moslem. Ja, und was ist das Problem? Ja, Mohammed hat gesagt, du sollst die Hitcher machen, wenn du dazu in der Lage bist. Du bist dazu in der Lage. Jetzt kommt er mir wieder da. Du willst Krankenversicherung. Kommt er mir wieder da. Du willst Krankenversicherung und Einwohner. Das willst du. Willst du mal das Alte Testament? Wollen wir das mal durchlöchern, wenn du hier schon die ganze Zeit so redest? Ja, wollen wir das mal durchlöchern, was da alles drinsteht? Du bist doch der Heuchler, du bist es. Du bist doch der Heuchler. Du bist doch der Heuchler. Du bist einer der Monarcherin. Du springst von A nach B. Du bist einer der Monarcherin, die Mohammed bis aufs... Du weißt schon, was du denkst. Nein, du laberst nur Kacke. Das ist das Traurige. Du bist ein religiöser... Was bist du? Ein religiöser Monarcher. Okay, was bist du denn? Ich habe mich losgesagt von dieser Teufelssekte. Was bist du jetzt? Ich habe mich losgesagt. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht anderen Menschen wehtun. Nein, das geht nicht. Okay, was bist du denn jetzt? Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Okay, und in dem Moment, wo du den Islam in den Dreck ziehst, ist das dein Vorbild? Achso, was meinst du denn mit Dreck ziehen? Was ich sagen möchte ist, wenn ich meinen Mund gegen Ungerechtigkeit aufmache, wenn ich meinen Mund aufmache gegenüber dem Koran, der uns dazu aufruft, uns Nacken zu therapieren, dann sagst du, dass ich was? Dreck aus dem Islam erzähle? Nein, ich sage, hol doch die Leute, hol doch die Leute, wenn du schon sowas machst, dann hol doch die Leute mit der Liebe von der Bibel rein. Und nicht jedes Mal, in dem du sagst, das ist scheiße, das machen nur Schuljungs. Was geht ab? Das ist scheiße, das ist scheiße. Kümmer dich doch um deine Bibel. Gerade mit einem Erwachsenen oder mit einem Zehnjährigen oder was? Sagt derjenige, der früher auf jeder Hochzeit getanzt hat. Das fragst du gerade mich. Ich tanze jetzt auf dieser Hochzeit und danke, dass du für Kamelurin hier warst. Dankeschön. Raus mit dir. Was für ein Bollohaufen. Unglaublich, möge der Herr Jesus Christus deine Augen öffnen. Ist das ein Typ. Selber lebt er hier in Deutschland, müsste die Hitcher vollziehen. Er sagt, du bist kein Moslem. Ist das ein Typ. Ist das ein Typ. Wenn Allah sagt, vorgeschrieben ist dir der Kampf in Suche 2, 216. Praktizierst du also das Wort Doppelwopper, du? Das kennt er. Ami, du hast nicht gebetet. Das ist für ihn das Einzige. Ami, du hast nicht gebetet. Ja, was ist mit den anderen Tausenden von Sachen im Islam? Das lassen wir außer Acht, ne? Ami, du hast nicht gebetet. In einer Stunde lerne ich dir das Gebet. Wo ist das Problem? Fajr, Zohr, As, Maghrib, Isha. Ist das ein Problem? Diese auswendig gelernten Suren runterzubrettern, oder was? Alfa hat ja eine beliebige Sure zu rezitieren. Und dann diese paar arabischen Sätze von sich zu geben. Und dann bin ich ein praktizierender Moslem. Hast du sie noch alle, oder was? Geht es dir noch gut? Diese Billo-Ausreden. Um meine Person zu diskreditieren. Ami war nie praktizierend, also braucht ihr nicht zuzuhören. Alles, was er sagt, ist sozusagen auch falsch. Also unsere ganzen gesamten islamischen Quellen müssen wir jetzt alle unter den Busch schmeißen, weil Ami jetzt nicht gebetet hat. Aber er zitiert doch, er ist ein Muslim. Egal, er hat nicht gebetet. Wie kaputt, wie kaputt muss man bloß sein. Oh, Kamelurin, 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 da ist das Hirn von voll, Kamelurin. Ich war Woppa. Ich war Woppa. Glaub mir an die Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Sohn hat sich losgelöst und wurde Mensch. Der ignorante Koran sagt einfach nur in Suche 6,101, wie sollte Allah einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährtin hat. Denn Allah denkt, dass die Christen glauben, dass Gott physischen Kontakt zu Maria hatte, damit Jesus geboren wird. Okay, das nehme ich mal so. Und ich wollte noch was wissen. Kannst du mir mal erklären, was Uritarier sind oder was das genau ist? Das gibt es ja so Christen, die auch Uritarier sind. Uritarier. Uritarier. Die sagen, dass nur allein der Vater der wahre Gott ist und Jesus nur der Sohn Gottes. Also nicht selber Gott. Und sie beziehen sich darauf, dass die Menschwerdung des Herrn Jesus Christus außer Acht gelassen wird und ihn einfach nur als so ein Wesen betrachten, das aus dem Vater kommt, aber nicht selber Gott ist. Und dann betreiben die Polithismus dadurch. Und das Ganze wurde ja auch am Konzil zu Nicea festgelegt, als sie da zur Debatte getreten sind. Weil der Arius, die Ariane, die vertreten ja auch dieselbe Lehre. Und dann kam es zur Debatte zwischen ihnen und dann wurde es festgelegt am Konzil zu Nicea, weil diese Leute da ihre Lehren verbreitet haben. Und Kaiser Konstantin zu der damaligen Zeit, der Kaiserherr in diesem Reich war, und die Christen über sie geherrscht hat. Und dann wollte er natürlich Einheit haben unter den ganzen Christen und hat er sie eingeladen zur Debatte. Ja, und dann wurde am Konzil zu Nicea festgelegt, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist, der Trinität. Dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist der gleich ewige Gott sind. Sie teilen sich also dem gleich ewigen Gott. Ja, und somit wurden alle anderen Irrlehren als klare Irrlehren auch betitelt. Arianismus, Unitaria und was es da nicht alles gibt. Der Gott, der Wille, ist ein Unitarischer. Ja, okay, danke schön. Das wollte ich noch wissen, weil es mir jetzt noch mal eingefallen ist. Hört dich so schlecht. Was hast du denn da? Hört man mich jetzt? Ja, jetzt ist es wieder besser. Okay, also ich wollte noch was wissen. Also, sagen wir, dass es noch deiner Religion ist. Was machst du schon wieder da? Hört man mich jetzt? Ja, jetzt lass das so, genauso wie du jetzt bist. Okay, ich habe jetzt mein Handy hingetan. Also, was ich jetzt nur wissen wollte ist, du glaubst daran, dass der Jesus sehr gekreuzigt wurde. Und die Leute, die ja damals halt gelebt haben und gesehen haben, dass der Jesus gestorben wäre. Haben sie auch daran geglaubt, dass er Mensch wurde, Gott wurde? Also an die Dreieinigkeit damals? Also das ist lange her? Sie wussten schon zu der damaligen Zeit, dass Gott selber auf diese Erde kommt, weil das Alte Testament voll von diesen ganzen Prophetien ist. In Jesaja 9, 5, Jesaja 7, 14, Zacharia 12, 10 und die ganz anderen Aussagen der Propheten. Und die Rabbiner sind sich auch einig darüber, dass zum Beispiel der Messias selbst Gott ist. Deswegen fragt man sich auch im Islam, warum ist denn überhaupt Jesus der Messias im Islam? Was hat die Funktion eines Messias? Die Funktion eines Messias ist derjenige, der die Schuld der Menschen hinweg nimmt. Das ist die Funktion eines Messias. Der Erlöser. Der Koran übernimmt das einfach fältig der Weise und sagt einfach, dass Jesus der Messias ist. Aber wenn du sagst, dass Jesus der Messias ist, dann ist er ja der Erlöser quasi. Von was soll er uns denn erlösen? Von unseren Sünden. Aber wie glauben wir auch daran, dass er halt der Messias ist und er zurückkommt? Ja genau, was bedeutet der Messias? Das muss man beantworten. Also ist das nicht der Erlöser? Richtig. Ja also, von was sollen sie uns erlösen? Was ist die Aufgabe eines Messias? Aufgabe eines Messias? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Ja, was ist die Aufgabe des Messias? Die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Also ist das auch im Islam so oder wie? Nein, der übernimmt einfach diesen Begriff Messias und weiß gar nicht warum. Warum musste denn der Isa von einer Jungfrau geboren werden? Was war denn der Grund? Dass der Grund war? Ja, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, der Koran nicht. Sagt einfach, ja es ist ein Wunder, Gott wollte es so. Nein. Nee, kannst du mal sagen warum? Ja, denn das alte Testament in Jesaja 7,14 sagt der Herr selbst, siehe die Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Ein Sohn wird kommen. Man wird seinen Namen Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns. Also das Kind, das geboren wird, ist Gott mit uns. Und in Jesaja 9,5 heißt es, dass dieser Sohn, der uns gegeben wird, starker Gott genannt wird. Allein das reicht schon, um den Islam den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Kannst du mir nochmal den Vers geben? Ich will das mal aufschreiben. Ja, Jesaja 7,14 und Jesaja 9,5 bis 6. Jesaja 9,5, Vers 6 und 7. Okay, danke schön, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich würde es uns mal anschauen. Ja, mach das mal. Und die Jesaja-Rollen wurden ja vor kurzem, also was heißt vor kurzem, vor einigen Jahren wurden sie entdeckt am Totenmeer. Und sie stimmen mit unseren Bibelübersetzungen überein. Die Schriftrollen Jesajas auf 7,14 oder so, was müsste es sein. Nahezu lückenlos der Prophetentext. Das war eine Vernichtung des Islams. Wahnsinn. Ja, wenn du also die Wahrheit herausfinden willst und dank dem Internet kannst du es nach. Ja, im Internet kann ich alles nachschauen. Ich gucke mir das mal auf jeden Fall an, das ist ja interessant sowas. Ja natürlich, klar, es geht ja auch um deine Seele, die du sichern. Ja natürlich, es gibt ja auch nur eine Wahrheit. Ja genau, sehr gut, es gibt nur eine Wahrheit. Und der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also er ist die absolute Wahrheit. Genau. Ja, Amen, wundervoll. Okay, danke, dass du mich hochgenommen hast. Ich wollte dann langsam auch da rausgehen, weil ich hatte halt diese Fragen. Wenn ich ein paar Fragen oder so sonst habe, dann würde ich einfach nochmal hier reinkommen wollen. Du bist immer willkommen, Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke schön, ciao. Mach's gut, ciao. Ja, man merkt wie ein normaler Typ ganz genau. Der war noch nicht allzu mit dem islamischen Geist vergiftet, Gott sei Dank. Guter Junge. Ich denke, dass er sein Gehirn und sein Verstand benutzt, um... Was ist das denn für ein Typ hier? Allah heißt übersetzt Gott, bin Yazidin. Wow, tolle Erkenntnis. Sehr, sehr tolle Erkenntnis. Ich bin sehr begeistert von dir. Sehr, sehr begeistert von dir. Du machst das sehr, sehr gut. Oh, komm, hier. Jetzt rollen die Leute noch rum. Ruhe im Karton. Was ist eigentlich aus der Kodi geworden? Keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Der hat sich erstmal zurückgezogen. Der hat eine richtige Ansage bekommen, ey. Der hat eine richtige Ansage vom Staat bekommen, ey. Ja, wir haben richtig auseinandergenommen. Ja, die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament sind Prophezeiungen, die sich erfüllt haben in Jesus Christus. Und da kannst du nicht einfach Geschichten so nehmen und eine neue Religion gründen und sie auf die Bibel, also eine neue Religion gründen und sagen, dass du der Gott der Bibel wärst. Und dann widersprichst du ja deinen gesamten Offenbarungen, die du ja gemacht hast. Und das geht ja nicht. Gott widerspricht ja nicht seinen Offenbarungen. Das, was er offenbart hat, seinen Prophezeiungen und alles. Nein, wir wissen, dass Gott durch Gezeiten hindurch Prophetien gibt, die auf den Messias, auf den Herrn Jesus Christus absolut zutreffen. Und das Ganze dann auch von ihm erfüllt wird, ne. Erfüllte Prophetien. Und da kannst du nicht hingehen und einfach eine neue Religion gründen und sagen, ja, Gott hat jetzt wieder, hat ein neues Update gebracht. Die sind ja immer, in Sachen Updates sind sie ja die Besten, ne. Ja, die Bibel hat mehr Updates als Fortnite. Dieser billige Spruch, Mann. Dieser billige Spruch, wie ich den nicht mehr hören kann. Die Bibel hat mehr Updates als Fortnite. Damit sagen sie eigentlich nichts anderes als Allah hat 124.000 Updates gebracht. Er ist eigentlich der Gott der Fortnite. Der Fortnite-Updates. Armin, da wollen ein paar Pakete, ein Paket haben. Ja, gerne. Wer will Pakete haben, bitte melden. Stummschaltpakete. Ich werde euch Stummschaltpakete geben. Ich bin in Verteilerlaune. The One. Ja, The One, genau. Gottes Segen auch dir, Toni. Wer will Stummschaltpakete, The One, melde dich. Bitte nicht Drohungen aussprechen, The One. Immer locker bleiben. Unser Dadas. Ja, unser Dadas. Dr. Scheer, Abu Mufti, Abu Amir. Ich habe den dreifachen Mufti übersprungen. Ich finde super, super Mufti. Super Mufti, Abu Amir. Danke. Gibst du deinen Song auf Hetzafi. Ja klar, hallo. Auf Hetzafi gibt es den auf jeden Fall. Hetzafi. Nicht auf Spotify, auf Hetzafi. Nein. Denn Allah ist kändig, ob er hat. Das müsst ihr euch mal geben. Sobald eine Frau sich mit dem Islam auseinandersetzt, muss sie natürlich auch an dieses Himmelreich. Aber auch der Mann muss an das Himmelreich vorbei. Und dann wird er schon merken, dass derjenige, der dieses Himmelreich verspricht, nicht Gott ist. Aber zu eine Million Prozent. Danke, Esi. Was hältst du von der evangelischen Gemeinde? Was soll ich davon halten? Eine Gemeinde, die verkündigt, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist. Dass sie an den Vater, Sohn, Heiliger Geist glauben und da keinen Unterschied machen. Dass sie aus Gnade errettet sind. Und dass Jesus Christus die zentrale Figur in ihrem Leben ist. Das ist schon mal ein guter Indiz dafür, dass das eine gute Gemeinde ist. Und nicht Hugga-Bugga machen und so, ne? Jala-Mala-Gala-Wala-Wala und so. Da weißt du, dass du erst mal da bleiben kannst in dieser Gemeinde. Mit dieser Jala-Mala-Gala-Wala und so, dann musst du wieder direkt in Frage stellen, diese Gemeinde. Wieso keine Streams mehr auf YouTube? Du siehst doch, dass ich für so gut wie fast für gar nichts Zeit habe. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier auf TikTok live kommen kann. Mit euch. Den ganzen Tag unterwegs. In meinem Hetzmobil. Ich schläbe ja schon fast in dem Hetzmobil. Hetzmobiles. Hetzmobile. This is Hetzmobile. Meinung zu Orthodoxen. Ja, das ist genau die richtige Frage. Meinung zu Orthodoxen und Katholiken und Evangelikalen. Genau so ist das. Das ist das richtig. Immer schön. Frage. Meinung zu dies und Meinung zu das. Alles ist krass. Aber da gibt es nur einen, das ist Marcel Kras. Meinung zu Marcel Kras. Ja, Gehirn gewaschen bis zum Gehirn nicht mehr. Vor 30 Jahren hat sich Gehirn waschen lassen. Ja, ich muss mal wieder auf Hetz-Tour. So. Armin, was weißt du über Irans Angriff? Das ist doch alles lächerlich. Der Iran traut sich nicht, irgendwas gegen Israel zu machen. Die würden sofort von allen Seiten attackiert werden. Das weiß der Iran auch. Deswegen, ja. Das war eher so, ja. Blöff. Wie nennt man das so? Blöff machen, ja. Hinter Israel stehen ja Großmächte. Ihr wisst ja, das USA hinter Israel steht. Aber es könnte auch ganz schnell dazu kommen, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Wenn Iran dann da alles angreift, dass die islamischen Länder dann mit Russland, China und so. Das kann durchaus alles ganz schnell passieren. Und dann bricht auf einmal der Dritte Weltkrieg aus. Davon spricht ja auch die Bibel, dass ihr von Kriegsgerüchten hört. Und es werden Hungersnöte kommen, die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus. Aber erschreckt nicht, dass alles muss geschehen, sagt der Herr. Ein Land wird gegen das andere Land aufstehen. Und es wird zu ultraheftigen Kriegen kommen, ne. Für die iranische Bevölkerung. Ob jetzt zum Beispiel das Regime bleibt und... Oh, danke schön, Tony. Was ist das denn? Was war das denn? Auszeichnung. Auszeichnung für Dr. Scheher Abu Amir. Ich muss mir einrahmen. Was ich sagen wollte. Jetzt bin ich rausgekommen. Ja, ich meine, für die iranische Bevölkerung ist es egal. Hauptsache irgendjemand kümmert sich um das Problem, der Mundl so zusammenkommt. Was ist das? Hallo. Hallo. Wer bist du? Wer du bist? Wie heißt du? Wer heißt du? Ich? Ja, ich. Ibo. Ibo. Ja. Ich auch Ibo. Du auch Ibo? Ibo. Nee. Ich bin Ibo-Plofen. Bist du Musli? Nein, ich bin Ex-Muslim. Ich bin Islau-Plofen. Ja, egal. Aber Muslim. Nein, nichts egal. Warum nicht? Du kommst aus Syrien? Ja. Ah, sehr schön. Und was machst du hier in Deutschland? Nichts. Was? Nichts. Nichts? Das sind sehr gute Voraussetzungen, auf jeden Fall für ein Bewerbungsgespräch. He he hei. Das sind sehr gute Voraussetzungen für ein AMT-Bewerbungsgespräch bei AMT. Ja, aber wie bist du hier gekommen? Nicht wann? Was? Wie bist du gekommen? Mit Boot oder mit Flugzeug oder mit Auto oder wie hast du gemacht? Nein, nein. Laufen. Laufen? Ja. Wie? Erzähl mal. Nein, sag mal jetzt. Ohne Spass. Wie bist du hier in Deutschland gekommen? Ein Monat laufen, komm her. Nein, sag mal jetzt. Ehrlich. Wie bist du hier in Deutschland gekommen? Du bist doch bestimmt illegal hier reingekommen. Hallo. Ich, ein bisschen Deutsch. Ja, probier mal. Versuch mal. Ja, erzähl mal. Wie hast du das gemacht, mein Bester? Bist du aus Deutschland? Ja, wo denn sonst? Aus Timbuktu oder was? Was? Nein, ich bin aus Timbuktu. Buktu? Buktu. Und wo ist Buktu? Buktu ist sehr weit weg von Deutschland. Deutschland? Ne. Sehr weit weg von Deutschland. Nein. Du, wie bist du hier reingekommen nach Deutschland? Wie? Wie lange? Wie? Wie bist du hingekommen, nicht wie lange? Ja, wie? Mit Auto, Zug, Flugzeug, Boot, Boot... Laufen. Sag hier, laufen. Laufen von Syrien bis nach Deutschland laufen? Ja, in Türkisch und in Bulgarien. Was weißt du über Jesus Christus? Nichts verstanden. Jesus Christus. Was weißt du über Jesus Christus? Jesu Al-Masih. Ja, super. Keine Verständigung. Gar nichts. Das ist sehr, sehr schlimm. Jesu Al-Masih. Und ich Isai bin Mariam. Aber das ist schon heftig, ne? Sieben Monate ist er hier, aber Matchen hat er ganz schnell gelernt. Schau dir das mal bitte an. Matchspielen, das lernt man ganz schnell hier. Damit man Geld macht. Ist das zu fassen. Ja, das ist das Wichtigste. Match machen und Bürgergeld. Das ist sehr wichtig. Ich sag nur eins, wählt richtig. Ach, selbst wenn du AfD wählst, mein Lieber. Oder meine Liebe, ich weiß nicht, wer sich in dem Account befindet. Die können auch nichts mehr tun, glaub es mir. Sie können nichts mehr tun. Du kennst seine Geschichte nicht, er tut mir leid. Ja, ich hab doch nicht gesagt, dass er mir nicht leid tut. Ich hab ja versucht, mit ihm zu reden, aber der kann ja kein Deutsch. Das ist das Problem. Du bist zu nerven. Ich wollte nur noch mal einen Abschlusssatz bringen. Abschlusssatz? Ja, ohne dass du kickst. Okay, da ist so dein Abschlusssatz. Wie fandst du den? Da kommt der hier rein, will er mir noch eine Predigt halten. Das ist unglaublich. Abschlusssatz, dann will er rausgehen. So, der ist mal an. Hallo. Hallo. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Boah, der schönste, der schönste Spruch, also das schönste Gebet einfach. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich, mein Lieber. Was gibt, das gibt's Besseres, wenn man sich so gegenseitig das sagt? Sag mal, was gibt's Besseres? Ja. Eigentlich nichts, außer das doch, das ewige Leben. Das, da gibt's noch was Besseres. Das ist das ewige Leben. Das ist das Beste, was es gibt. Toni! Toni! Was haben die sich gut gemerkt? Das ist bei den Geschwistern hier eingebrannt worden, das Toni! Was könntest du dich tun, mein Bessler? Ja, Nic, ich wollte dich nur hören. Ich wollte Gottes Segen wünschen, auch jedem, der da ist drinnen. Einfach ein bisschen Liebe verbreiten. Ja, sehr gut. Liebe verbreiten. Ja. Ja. Ich hab gestern... Wer ist denn die Liebe? Jesus Christus. Genau, also was müssen wir verbreiten? Jesus. Ja, sehr gut. So einfach ist das. Zum Beispiel, ich hatte gestern live gemacht mit ein paar Geschwistern. Wir haben so Liebe verbreitet, also Gottes Wort. War richtig schön. Und da war so ein Typ, der ist reingekommen. Ich hab gesagt, ja bitte, meine Regeln zu meinem Leben sind egal, wer du bist, was du glaubst. Sobald wir nicht miteinander umgehen, kann jeder hochkommen, jeder reden, alles schon im Glück. Und da kam so ein Typ, der hat nichts geglaubt, also ein Atheist war er. Und da hat sich über meinen Namen lustig gemacht, also Stefan wie Jesus. Er hat gesagt, ja, ist schon ein bisschen verdächtig, als ob du mit ihm zusammen bist. Weißt du, ich dachte mir so, ja, das ist bei dir falsch. Das Problem ist, ich wusste nicht, wie ich ihn rausschmeißen soll, aber Gott sei Dank ist er am Ende raus. Ja, lass dich nicht runterkriegen. Ich wollte mich beleidigen, ich war einfach so, okay. Schön. Ja, aber ich finde es wirklich toll, dass es solche Leute wie dich gibt. Ach was. Die das wirklich super prächtigen. Ihr seid genauso wundervoll. Jeder von uns, jeder Einzelne, der zum Herrn Jesus Christus gehört, hat natürlich die beste Entscheidung seines Lebens. Keiner ist besser oder schlechter, wir sind alle gleich. So sieht es aus. Vielleicht ist der eine oder andere besser als ich sogar. Das ist sogar kein Problem. Der andere oder einer hat mehr Wissen als ich, das ist gar kein Problem. Vielleicht hat der eine oder andere mehr Weisheiten auf Lager. Das ist auch gar kein Problem. Wir lernen alle. Wir lernen unser ganzes Leben. Aber du glaubst, du glaubst schon seit 13 Jahren oder so an, nee, 11 Jahren oder so an Jesus glaubst du, oder? Ungefähr, ja, genau. Du hast dir richtig schönes Wissen eingeheignet. Das muss man tun. Ach nee, aber so ab 10.000 Mal besser das Wissen als ich. Ja, natürlich, es gibt immer jemanden, der mehr und mehr hat. Das ist wirklich, ich finde es erstaunlich. Weil immer wenn ich mir denke, man kann nicht mehr wissen, als der Abend kommt jemand anderer, der 10 Mal das Boppe treibt. Ja, Bruder Amir, kannst du die Trübsaljahre erklären? Ja, sowas kannst du am besten von Roger Liby erklären lassen. Er ist ein richtiger Bibellehrer und er hat auch Vorträge dazu abgehalten. In der 70. Woche Daniel und sowas. Es ist besser, ihm zuzuhören, anstatt ich irgendwas Falsches sage und dann auch falsch lehre. Besser nicht, sonst kriege ich das doppelte und dreifache Strafmaß. Wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kann, dann lieber jemanden empfehlen, der das kann. Aber mit Trübsaljahre haben wir nichts zu tun. Nur damit du Bescheid weißt. Mit den Trübsaljahren haben wir Christen nichts zu tun. Wir werden vorher entrückt. Das ist aus der 70. Woche Daniel. Die Trübsaljahre und alles. Guck dir am besten einen Vortrag von Roger Liby an und nimm dir dafür Zeit. Lass dir das lieber von einem richtigen Bibellehrer erklären. Oder von einem Bruder, der sich damit sehr, sehr gut auseinandergesetzt hat. Es ist immer gut, sich eine Predigt anzuhören. Oder beziehungsweise einen Vortrag darüber. 70. Jahrwoche Daniel. Das darfst du nie außer Acht lassen. Trübsaljahre, 70. Jahrwoche Daniel. Aber vorher kommt ja noch die Entrückung und alles. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und einfach mich. Gott segne uns alle. Gott segne uns alle. Ja, gerne. Einfach Roger Liby. Trübsaljahre. Da findest du schon einiges. Da kannst du dich in Ruhe hinsetzen und dann kannst du davon lernen. Was haltest du von Leo Bigger? Wer ist das denn? Ist der Leo größer? Leo Bigger? Ja, das ist der Leo Bigger. Der Zengel oder was? Oder was das? Schweizer Prediger? In Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Bruder, nehmen wir an. Ich debattier mit einem Moslem, ne? Ja. Was kann ich machen, damit er so mundtot ist? Einfach Koran lesen, dann ist er schon mundtot. Einfach nur, wenn du in den Koran aufsteckst, dann ist er schon mundtot. Ja, du musst ihm sagen, du musst ihm sagen, in Suche 2, Vers 106 und Suche 16, Vers 101, sagt Allah, wenn wir einen Vers tegen und in Vergessenheit geraten lassen, bringen wir einen besseren, einen, der ihm gleich ist. Waren Allahs Verse nicht gut genug vorher? Warte kurz. Leute, alle tippen, alle tippen. So, da bin ich wieder. Ja, sobald ihr einfach Koran liest und zu diesen Stellen kommt, dann werdet ihr schon sehen, dass der Koran einfach nur ein menschengemachtes Buch ist von den Sahaba und von den Kalifen, die nach und nach den Koran auch wieder verändert haben. Ja. Es hieß also, dass Allah sich in tausenden von Versen widerspricht und sie durch andere Verse ersetzt. Also waren seine Verse nicht gut genug und muss sie durch andere bessere ersetzen. Daher sehen wir, dass Allah ein fehlbares Wesen ist und somit nicht Gott sein kann. Das war's. Fertig aus. Fertig aus. Ab und zu beweist uns, dass Allah ein fehlbares Wesen ist. Er ist ein Gemüsehändler. Als würden wir Äpfel und Birnen verkaufen. Und glauben die Moslems an den schwarzen Stein? Ja klar, das ist die rechte Hand Allahs auf Erden. Das heißt, was meinst du, warum sie den streichen und küssen und so? Weil die Allahs Hand auf Erden streichen und küssen. Ich verstehe den Islam überhaupt nicht. Warte mal. Viel Spaß hier noch, ex-Muslim. Wie kann man rausgehen, Leute? Wo ist denn dieser Shakey-Shake? Das kann doch nicht wahr sein. Immer ist er weg. Jedes Mal aufs Neuste. Immer lässt er diese ganzen Hetzis warten. Mann, Mann, Mann. Immer ist er überall, aber nicht hier in diesem Stream. Das kann doch keiner mehr. Das geht doch unter. Keine Kuh hat mehr hier. Ja. Jeden von uns treffen. Jeder, der seinen Mund gegen den Islam aufmacht, da muss der damit rechnen. Ich habe letztens gesehen, dass die, ich weiß gar nicht, dass die meinten, dass die jetzt öfter den Deutschland angreifen wollen. Ja, die hatten ja geplant gehabt, Kirchen auch noch da irgendwas zu machen. Wahnsinn. Ist das heftig. Da siehst du da, was für eine Religion willst du tun haben. Aber Hauptsache, Hauptsache, in Sorge machen, F steht für Frieden, gell? F steht für Frieden, genau. Und dann das Schlimmste ist für mich, wenn die ganzen, ich sage es mal, Ahnungslosen, meistens Deutsche, den Islam in Schutz nehmen wollen. Das ist für mich das Schlimmste, weil die sind die Ersten, die dran kommen, wenn der IS hier mal führen sollte oder sowas. Die meinen sich auch gar nicht mit dem Islam aus, zumal sie eben auch nicht ihre Zeit damit verschwenden wollen. Die denken sich so, er soll andere sich darum kümmern. Ich weiß ja, wie die sind. Und wenn du dir nicht sagst, was passiert, sagen die halt immer, ja, die Deutschen machen das auch. Ja, natürlich machen die Deutschen das, aber es ist einer von Pausen macht sowas Heftiges, was sie machen. Oder weniger sogar. Und das Schlimme ist sogar, der, der es macht, ist halt meistens nur Clique dabei und will halt dazugehören. Das ist das Schlimme. Ich guck dir jetzt mal klar, das gab es gar nicht so, in dem Ausmaß gab es das früher gar nicht. Weißt du, das ist ja die Dunkelziffer, was wir kennen. Ich will, äh, die normale Ziffer. Ich will gar nicht die Dunkelziffer kennen, wie viele Menschen hier Gewalt erfahren durch die. Dann würde jetzt ganz Deutschland eine Panik ausbrechen, wenn die Dunkelziffer, äh, ans Licht kommen würde. Ja. Weil die ganze Gewalt strafen war alles. Ja, das ist ein einziges Desaster, aber das alles muss geschehen, so sagt der Herr, ne? Das alles muss geschehen, die haben den Herrn Jesus Christus aber hoffen und dann werden die auch die Religion, das ist dann. Ja, das muss geschehen, leider, das stimmt. Naja, das ist leider. Zum Glück habe ich keine Angst vorm Tod. Ich kann mit gutem Gewissen sterben irgendwann. Da brauche ich keine Angst vor haben. Keine Angst. Genau so wie du. Das sieht man auch. Und das Heftige ist halt auch, zum Beispiel jetzt im Islam, wenn man 100% in den Himmel kommen will, 100%, muss man ja Märtyrer sein. Ja, genau. Da siehst du quasi, wie er die lockt, wie er denen das schlechte Gewissen nimmt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Straftat macht, sagen wir jetzt Nackentherapie, dann sagt ja Allah, ey, ich habe das für dich gemacht, also ich habe das gemacht, gell? Irgendwie so war das doch. Aber ich habe sie nicht nackentherapiert, sondern ich habe sie nackentherapiert. Genau. Und das nimmt denen das schlichte Gewissen weg. Weil die denken sich, ich war das gar nicht von Gott war das. Ist das heftig? Genau. Und das war ja dieser eine, der auch da rumgeschrien hat bei Stürzenberger, dieses berühmte Video. Und dann, ich bin bereit fahren, dazu, du weißt schon. Und der hat es dann wirklich gemacht, gell? Nein, das ist ein Vogel gewesen. Ja, da gab es einen, ich weiß, dass es einen von denen gab, da hat Michael Schützenberger ein Video gemacht, hat ihm gesagt, ich würde den liebsten Nackentherapieren. Ach so, ja, der ist wirklich ausgewandert. Ja, der ist das heftig, oder? Ist das heftig? Ja, siehst du mal, dass es Muslime gibt, die Allahs Worts im Herz nehmen. Ja, das ist heftig. Oh, wenn wir jetzt ein bisschen Wind haben. Ja, wenn man denkt, dass das, dass der Koran das Wort Gottes ist, dann muss man da so eine Tat umsetzen, was Gott verletzt hat. Ja. Und dann, das heftigere, wenn die dann glücklich sterben, denken die sich, hey, wo sind meine zwanzigjährige Jungfrauen? Und da stehen die von Herrn Jesus und dann, dann haben sie, dann ist es zu spät, wenn sie von Jesus stehen. Ja, die wollen eine zwanzigjährige Jungfrau, aber keine zwanzigjährige Jungfrau. Die wollen ihre Omis haben. Eine schöne Omi fahrt sie dann da oben auf. Schön. Gold und blau gebrannt. Warte, ich geh kurz ins Auto rein, weil es ist laupt. Das kriegen die noch, eine zwanzigjährige Oma. Das ist heftig. Falsch übersetzt worden. Eigentlich kriegen die eine zwanzigjährige Oma, nicht zwanzigjährige Jungfrau. Was meinst du, würden die dann immer noch sowas machen, wenn der Allah ihnen eine Oma verspricht? Auf keinen Fall. Also du siehst, dass sie mit irgendwelchen irdischen Sachen gelockt werden. Das ist der Teufel, das ist nichts anderes. Wobei ich mir, wobei ich glaube, dass selbst dann es ein paar geben würde, die es trotzdem machen würden. Ja klar. Dann sagen sie, du weißt ja gar nicht, wie schön diese Oma ist. Ja genau. Das ist die Omas, die wir hier kennen, nicht zu vergleichen. Ja genau. Allah wird sie wunderschön machen. Die wird keine richtige 72-jährige sein, sondern eine ultra-schöne, mit glatte Haut und so. Sowas hast du nicht gesehen. Da sind diese ganzen Gilfs und Milfs ja nichts dagegen. Das wäre die Ausrede eines echten Muslims. Milfs und Gilfs. Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Das ist so krass. Devon, Devon, wenn Ami hetzen würde, dann sagst du quasi, dass dein Buch, dass ein Koran eine Hetze ist. Und damit hast du recht. Er licht nur vor, was in dein Koran drin steht. Das kann kein Hetze sein. Denk doch einmal nach, bitte. Stell mal vor, Ami wäre... Ja, ich stell dir das vor. Ami ist doch nicht so blöd und liest falsche Koran-Verse vor. Lest doch einfach mal nach und dann siehst du was da drin steht. Warum sagst du sowas? Das ist doch Schwachsinn. Das ist echt unglaublich. Jedes Mal falsch übersetzt, Hetze, irgendwas ist da immer. Bist du doch da, Ami? Ami? Hä? Hörst du mich? Hä? Hörst du mich? Ich hab, glaub ich, einen schlechten Empfang oder so, ne? Achso, ich dachte, du wirst wieder gesperrt. Ich hab einen schlechten Empfang. Aber jetzt geht's wieder, jetzt hörst du mich, ne? Ich hör dich wieder, ja. Na, das war grad nicht flüssig, deswegen. Ja, ja, gut, Ami, da lass ich mal jemand anderen rennen, oder? Ja, ist kein Problem, okay, alles klar. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, danke, Gott sehen. Ciao. Ja, das ist krass, ne, dass die für ihre Libido, für ihre Eier da alles machen, ne? Und zwar in den Krieg auswandern und andere Menschen verletzen, ne? Das ist heftig. Am Hetzmobil-Foltern. Ja, genau. Wer braucht seine tägliche Dosis Hetzi-Hetzi-Hetzi-Hetzi-Rei? Danke, Larissa. Gott segne euch und eure Familie. Ja, aber nochmal drauf zurückzukommen, das, was dem Bischof da passiert ist, das ist absolut traurig und sowas wünscht man keinem Menschen. Wir müssen mit ihm nicht in der Lehre einverstanden sein. Wir können, wir müssen auch überhaupt nicht mit irgendwem in der Lehre einverstanden sein, aber dass man jemandem den Tod wünscht oder dass man jemandem die Hölle wünscht oder dass man so glücklich ist über das, was passiert ist, das ist absolut geisteskrank, ne? Absolut geisteskrank. Und sowas darf niemals sein. Niemals. Deswegen sollten wir immer den Herrn Jesus Christus im Fokus haben, der gesagt hat, betet für diejenigen, die euch beleidigen und verfolgen, so wie der Matemar, die das getan hat. Der hat sofort für den Angreifer gebetet. Und, ähm, sag mal schnell. Und der ganze Mob da draußen, die wollten ihn ja lynchen, das ist heftig. Bringt ihn raus, bringt ihn raus, bringt ihn raus. Das ist heftig. Heftig. Bringt ihn raus. Ja. Was für einen Geist haben die da empfangen, wenn sie genau das Gleiche mit Gleichem vergelten, ne? Das ist absolut nicht der Heilige Geist, ne? Das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist ein bösartiger Geist, ne? Die gehören also nicht zum Herrn Jesus. Wenn die da rumschreien, bringt ihn raus. Und, äh, ihn lynchen wollen. Das ist krall. Krass. So sind sie nichts anderes als derjenige, der Matemari umlegen wollte. Ja, okay, das ist die eine Sache. Die sind aufgebracht. Kein Problem. Aber die müssen sofort verstehen, dass das, was sie da sagen oder was sie da machen wollen, dass das absolut nicht zu vertreten ist, ne? Oder kann man das mit dem Glauben vereinbaren? Absolut nicht, oder? Siehst du, wir müssen biblisch handeln, nicht menschlich handeln. Wir müssen den Heiligen Geist, ähm, wirken lassen. Ist ja genauso mit diesen törichten Jungfrauen, die ohne Öl in der Lampe einfach durch die dunkle Höhle gehen. Ja. Was passiert am Ende? Ja. Sie wissen nicht wohin. Das ist also kein verwurzelter, verfestigter Glaube. Das sind, das sind Mörder im Herzen, ne? Das ist heftig. Natürlich tut das weh. Natürlich, wenn du siehst, dass, ich glaube, das ist so der Papa von denen, ne? Der Matemari ist ja so wie der Vater der ganzen Assyrer, Arameer und sowas, ne? Sie betrachten ihn als so Großvater, Vater oder was auch immer. Ja, und dann ist es natürlich so, dass, ähm, wenn er zum Beispiel verletzt wurde durch ein Moslem, dass sie dann gleich mit Gleichem vergelten. Aber das sagt der Herr Jesus Christus ja nicht. Ja. Ja, mit dem Alten Testament, ja klar. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wir stehen ja nicht im Alten Bund. Wir dürfen ja die beiden Bünde nicht miteinander vermischen. Das muss ja jedem, jedem klar, klar sein. Das muss jedem klar sein. Ich muss mal kurz telefonieren. Oh ne, Alter. Tschüss. Was war das denn? Boah ne, Alter. Tschüss. Ich wollte fragen, was ist der Unterschied zwischen dem Christentum und der Islamis, weil ich habe, wie es gehört, dass so schlechte Sachen über den Islam zum Beispiel so... Kein Wort, kannst du mal lauter sprechen. Okay, ach, ich bin ein bisschen nervös. Das ist nicht schlimm, atme tief ein, atme tief aus. Soll ich für dich den Kamelo-Ring-Song spielen? Da geht direkt die Nervosität weg. Ja, also ich wollte fragen, ob der auch der Islam über Liebe lehrt oder nicht, weil viele sagen... Ob der Islam über die Bibel lehrt? Über Liebe oder so. Über Liebe, ach, ja, über Liebe. Also ich habe mal das Wort, das kann jeder von euch eingeben. Wir gehen mal auf searchtruth.com. Searchtruth.com. Und dann können wir das Wort einfach mal suchen. Wie oft kommt das Wort Liebe im Koran vor? Schauen wir mal. Ganz heftig. Warte, wir gehen ein, nicht im Hadith, im Koran. In der deutschen, deutschen Übersetzung. Deutsche Übersetzung. Liebe. Liebe. Schauen wir mal, wie oft kommt denn Liebe vor und wo und wie und was exakte Wort suchen. Elfmal in zehn Versen im Koran kommt Liebe vor. Ah, okay. Und wo finden wir das? Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Bergen über euch emporhoben, bla 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 bla, und es geschah ihnen durch ihr Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. Also das ist sogar noch in Klammern. Das ist von jemandem hinzugefügt worden. Das, was in Klammern ist, steht gar nicht im Koran. Also hier können wir den Vers, Suche 2, Vers 93 weglassen. Weiter. Suche 2, Vers 165. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesicht werden, erkennen würden, dass alle stärker in Allah gehört und dass Allah stark im Strafen ist. Wow, super. Nächster Vers. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden. Aha. Nach Frauen, Söhnen aufge... Also wieder nichts. Suche 6, Vers 76. Als die Nacht über die hereinbrach, sah er einen Himmelskörper. Er sagte, das ist mein Herr. Als er aber unterging, sagte er, ich liebe nicht diejenigen, die untergehen. Also schon wieder nichts. Suche 12, Vers 30. Einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht ihre Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Schon wieder nicht. Ähm, was haben wir hier noch? Suche 19, Vers 96. Gewiss leicht, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, wird der Alabama lieben bereiten. Was? Lieben bereiten. Aha. Ähm, was haben wir noch? Suche 20, Vers 39. Wirf ihn in den Kasten und wirf ihn ins Wasser. Und was der Wasser soll ihn ans Ufer setzen, sodass sie einen Feind von ihm und einen Feind von ihm aufnehmen. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt und damit du vor meinem Auge aufgezogen würdest. Ich glaube, hier geht es um Pose oder was ist das? Keine Ahnung. Was denn? Keine Ahnung. Äh, so, was haben wir noch? 38, 32. Da sagt er, ich habe mich in der Liebe der irdischen Güter hingegeben. Schon wieder nichts. Äh, das ist die frohe Botschaft, die Allah seinen Dienern, die Gläubigen und rechtschaffenden Werke tun, verkündet. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe zu den Verwandten. Und wir haben ein gutes Werk getan, denn wir dafür, dem wir dafür noch mehr Gutes, äh, was weiß ich, bla bla bla, weiß nichts. Äh, Suche 100, Vers 8. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Was ist das denn? Er gibt auch keinen Sinn. Also, du siehst, dass der Gott des Islams dieses Wort Liebe ganz, ganz komisch, äh, übersetzt, äh, benutzt. Wie oft kommt denn das Wort liebt vor? Liebt. Das Wort liebt, exakte Wort, kommt 50 Mal in 47 Versen vor. Krass, also, wollte auch fragen, äh, ähm, ob in dem Koran steht, dass Allah die Menschen liebt oder die Allah die Welt liebt? Nee. Nee, der Allah liebt die Ungläubigen ja nicht. Krass. Also, der Allah liebt nur diejenigen, die für seine Sache kämpfen, ja. Suche 61, Vers 4. Okay. Krass, also, ich, ich vielen Dank, dass du auch mich aufgesst und so, weil dank dir, dank dir, äh, hab ich mehr und mehr wissen, äh, was der Islam so glücklich ist und so. Ja. Danke, dass du so aufgesst und so, und ja, ich muss jetzt auch gehen. Ich wünsch gern Segen. Also, dank dem Internet kannst du natürlich selber gucken, wie oft das Wort vorkommt. Ja. Was findest du Umhang und alles, ne, da kannst du selber auch gucken, ne. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich auch. Tschüss. Ja. Ja, ihr seht also, dass das Wort Liebe liebt, äh, ganz komisch von Allah verwendet wird, ne, aber in der Bibel heißt es ja, in Hebräer 10, 8, 10, 24 heißt es ja, lasst uns lieben und zu guten Werken anspornen, ne, und, ähm, weiter heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn das, äh, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder dann den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hält. Und in 1. Johannes 4, 7 heißt es ja, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und hat Gott erkannt. Derjenige, der nicht liebte, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Versteht ihr? Und so weiter und so fort, ne. Die Liebe ist langmütig, sie bläht sich nicht auf. Sie erduldet alles, sie glaubt alles, sie rechnet das Böse nicht zu, sie vergibt alles. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 7, das hohe Lied der Liebe von Apostel Paulus als unter der Leitung des Heiligen Geistes Gottes Wort. Mein Brautspruch, ah schön. Mein Taufspruch ist Römer 8, 36 bis 38 müsste das sein. Römer 8, 38 oder 36, muss noch mal gucken. Mit Zertifikat. Dr. Scheer Abu Amir hat Zertifikat bekommen mit Taufe. Hammer, ich bin zertifiziert worden. Jetzt habe ich auch noch Stau vor mir. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe mich ja damals in der Gemeinde taufen lassen. Und ja, das von der ganzen Gemeinde. Aber ja, die Geschichte, die ich euch erzählt habe mit der Schwester, die zu mir kam und mir den Vers eingerahmt hat, den der Herr mir auch noch gegeben hat, das war so phänomenal. Einfach nur wundervoll. Ja, so sieht das aus, ihr Lieben. Wenn ihr zum Herrn Jesus Christus gehört, dann wird der Herr euch segnen. Aber er lässt auch sein Regen über Gerechte und Ungerechte. Über euch. Über uns alle. Lässt er seine Sonne aufgehen, aber auch untergehen und regnen über Gerechte und Ungerechte. Sowohl als auch, denn der Herr ist ja gerecht. Muss man sich taufen lassen, wenn man wieder geboren ist? Ja, natürlich. Gehst du dich dann taufen lassen? Erst kommt der Glaube. Du kommst also zur Erkenntnis und dann lässt du dich taufen. Zuerst glauben, dann taufen. Nicht taufen und dann glauben. Das ist Blödsinn. Du musst ja wissen, an was du da glaubst. Ja. Die, die mit Jesus Christus gekreuzigt wurden, der eine wurde ja nicht getauft. Der eine hat sich bekehrt und hat den Herrn gebeten, dass der Herr ihn mitnimmt in sein Himmelreich. Und der Herr gab es ja gar keine Möglichkeit. Geht mehr zum Taufen. Amen. Ihr bester Mann. Gottes reichen Segen. Ach was, ich bin nicht der beste Mann. Wir alle bilden den Leib Christi und ihr alle seid auch wundervoll. Wir alle sind wundervoll in Christus. Amen. Das einzige Gute in mir ist Christus. Alles andere ist null und nichtig. Denn ich erachte alles als Dreck für Christus. Wie sagt der Apostel Paulus? Ich erachte alles als Dreck für Christus. Denn alles ist null und nichtig. Wenn ich doch die ganze Welt hätte, aber nicht die Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz. Nichts. 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 Oder hast du schon gesehen, was mit dem Bischof... Ja, worüber reden wir denn die ganze Zeit, mein Lieber? Das kann doch nicht wahr sein. Alle reden doch darüber. Auch ich habe doch darüber geredet, mein Bester. Man kann alles aus dem Zusammenhang reisen. Wie meinst du das? Was meinst du mit alles aus dem Zusammenhang reisen? Sorry, bin erst gerade reingekommen. Okay. Ja, wir reden ja schon seit heute Morgen darüber, dass der Bischof da... ...die Attacke erleiden musste. Aber der Herr hat ihn bewahrt, ne? Ja, das ist natürlich heftig, ne? Wenn die... ...wenn die Menschen sehen, dass da ein alter Mann, ein geistlicher da abgestochen wird. Das ist heftig. Ja, was für Attacke. Ja. 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 Ja, der Papst trägt auch Robin mit dem, ähm, vom FBI zur Verfügung gestellten, äh, Symbolik, also diese ganzen Symboliken, die das FBI zur Verfügung stellt, um die Pädophilen zu erkennen, ne? Ja. Wundervoll. Und dann trägt er genau das Symbol der... der Päs. Unfassbar. Das ist so krass. Ich war Wopper. Nicht Rapper. Wopper. Ich war Doppelwopper. Boah, jetzt hab ich aber Hunger bekommen. ein Doppelwopper. Und einen Doppelwopper. Wuppwupp. Das ist der Sound auf dieser Schere. Wuppwupp. Das ist der Sound auf dieser Schere. Wuppwupp. Das ist der Sound auf dieser Schere. Wuppwupp. Doppeltimewopper, genau. Ich mein Doppeltimewopper. Hast du dich biblisch bekehrt mit Seelsorge und Prediger, was? hast du das mitbekommen vom bischof der nächste das ist unglaublich ach sorry ich bin erst gerade reingekommen jetzt aussagen jasse jasse geris ja ich habe schon wieder dreifache tausend einschränkungen dein live ist für empfehlungen nicht geeignet und ich gehe wieder raus und kommen wieder rein machen wir das so bringt nichts bis gleich ihr lieben gott segne euch und eure familien gar keinen nerv auf diese tik tok das macht mich wahnsinnig ja aber das ist immer nur so wenn ich im auto bin merkt ihr das jedes mal wenn ich im auto bin und anfange dann los zu böllern dann kommen diese kommen diese ganzen meldungen und hast nicht gesehen ich trau' ich okay lieben bis gleich oder bis später ja gott segne euch und eure familien denn in surah 19 vers 17 heißt es dass jibril hinter maria stand und die form eines menschen eines mannes annahm und seinen finger in ihre dings rein getan doch der stand maria hat sich so gewaschen nach der menstruation und dann stand der die bilder dieser dieser kleine lümmel hat die form eines menschen angenommen hat sein finger da ja du weißt schon er hat das gemacht doch die seele wurde in ihr eingehaucht wenn ich ja wo wurde die denn eingehaucht war war zu meinem was hat denn der heilige geist gemacht ist er hingekommen was hat er dann gemacht er kam auf sie aber doch nicht so in ihre du weißt schon was ja bruder auf ihr in ihr ja wo hat denn allah das gemacht was sagt denn die koran dazu aber der hat gar nichts gemacht aber hat gar nichts mehr was hat was hat will wie ist denn wie ist das dem islam passiert dass jesus christus geboren wurde also dass maria schwanger wurde das mit jibre das war richtig also die blä hat ihr die botschaft geteilt dass sie schwanger wurde dass sie schwanger ist das habe ich verstanden aber wie wie kam das weil allah das so wollte wie hat allah das gemacht ja bruder wahrscheinlich die seele in ihr bauch eingehaucht welche seele die seele vom isa der die seele da eingehaucht welchen welchen atem hat er denn da reingehaucht oder die ganzen seelen kommt von allah weißt du ich meine du siehst du dass der allah sagt dass alles durch eine heirat entstehen muss alle sind aus wasser geschaffen warum ist denn der jesus christus nicht aus wasser und erde und alles geschaffen sondern er war schon in ewigkeit wo war er denn bevor er mensch wurde davor hat er nicht existiert das ist ja nicht wie im christentum oder ja wo war denn dieses wort von allah das in maria eingehaucht hat ja das wort gottes ist doch ewig oder nicht ja dann ist jesus christus gott denn alles was ewig ist ist gott ich habe zu wenig wissen über meine eigene religion versuchte dann musst du dich erst mal mit deiner eigenen religion auseinandersetzen aber ich finde das trotzdem traurig hört auf über den islam so schlecht zu reden weil der islam redet doch voll schlecht über die bibel nein ja 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 gut über die käfig sehr sind wir denn sind wir wunderschöne menschen oder was naja oder das seid ihr alle also das sind wir alle ja maschallah und der der allah hat uns natürlich auch bevorzugt fallen andere nicht euch nein bruder alle sind gleich verstehst du alle sind gleich aber dann alle sind nicht gleich ja bruder wenn du jetzt sagst ich folge nicht aber ich folge jesus dann dienst du aber nicht dann bist du kein wahrhaftiger diener das ist jesus ist nicht gott das ist doch für dich auch in deiner augen bin ich doch auch ein ungläubiger aber jesus behauptet von sich selbst gott zu sein er gibt sich alle 99 namen allahs gibt sich selber ich bin der herr und jesus sagt das jesus christus sagt das also was behauptet jesus nein nein bruder schadier was schadier okay ich danke dir von ganz herzlich dankeschön gott segne dich mit der familie danke im rechten alle haben wir dich links leiten dank so hi alles klar ja bei dir gott segne dich in deiner familie ich komme erst mal ganz kurz bevor wir sprechen an emre erst mal tun bitte den gefallen immer bevor du mit ihm reingehst mit ex muslim wie ist dein name tut mir leid weil ich werde sich so respektlos genau okay bevor du mit dem rede ist und so eine bitte 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 befasse ich es mit dem islam mit deinem glauben mit meinem glauben ich bin auch muslim so und dann kannst du ein bisschen reden also du dacht also du musst kein gelehrter sein um über den islam zu sprechen aber du brauchst schon so grundkenntnisse über die hat eine religion und du kannst du nicht einfach hier reinkommen und er sagt dir was ja keine ahnung da ist das so ist er oder lernen den ich sie schade und imam ihm auch nicht die wahl ist langsam ja das wollte nur gesagt haben so auf jeden fall jetzt gerade wegen der sache was du zu immer gesagt dass man jesus selbst hat sich nicht als gott betitelt jesus selbst hat gesagt er wäre mit seinem herrn 1 in meinem herrn 1 ja ich zeig mal bitte du machst den armen an und dann selber hast du selber keine ahnung was für ein bolo unfassbar das ist das kommt davon da sagt er zu ihm was gehst du da rein wenn du keine ahnung hast und kommt selbst rein mit so ein dumm zeug ich gehe kaputt die sind alle am ende er nimmt dir das nicht zu herzen diese leute haben überhaupt selber keine ahnung keiner von denen hat irgendeine ahnung unglaublich was geht nicht viel jetzt bist du ja da jetzt geht einiges du hast vorhin gefragt wie die seele in jesus eingeflüstert hatte ich hatte denn da eingehaucht er gab kunfeier kun ja sein wort das hat er gesagt ja was habt ihr denn wer ist denn jesus christus dieser isa jesus ist ein prophet ja aber der aller sagt doch in sura 4 171 jese ist jesus also diese isa ist das wort und sein geist in welcher links und sura 1 an isa 171 ich suche mal kurz raus ich warte auf dich so renneser welche welche vers 171 171 was sagt er da auf arabisch mir ist es egal ob du es auf arabisch oder auf deutsch vorliest besser ist auf deutsch ich habe keine deutsche übersetzung da dann liest man und dann sagen wir was da steht das ist ein kompletter das ist ein kompletter sura an isa welche sura ist an isa die vierte ok jetzt bitte zu 171 entweder ein vers davor oder ein vers danach ich weiß nicht wie das bei dem koran gelistet ist muss bitte ein ja da muss das ein vers davor ein vers danach sein einer von diesen drei ist es dann hier ist ganz klar drinnen ist abd illa also da ist der und was ist denn noch ich habe den vers hier vor mir gucken ich weiß nicht was du für ein koran da bei dir ist aber das zeig mal 171 bin auf koran koran punkt kommt wo leute der schrift übertreibt nicht in eurer religion und sagt gegen alan nur die wahrheit und wahrheit aus almasi isa der sohn mariams ist nur allahs gesandter und sein wort kalimat dass er mariams entbot und geist von ihm ruhe minum darum glaubt an allah und seinen gesandten und sagt nicht drei hört auf damit das ist besser für euch wie steht das bei dir du kannst mir doch nicht sagen dass du das gerade nicht gelesen hast willst du mich auf den armen welchen nummer ist das was du da hast bei dir das ist 70 170 habe ich doch zu dir gesagt ein fest davor oder ein fest danach okay und sein wort und weiter war keine märkung sein geist er ist das wort von allah und sein geist wo war dieses wort bis es in maria in eingebunden wurde in wie fern war das wort du weißt ja alles hat allah durch sein wort geschaffen kuhn feier kuhn allah spricht durch sein wort sei und es ist richtig so wo war dieses wort bevor es in mariam eingehaucht wurde ich verstehe die frage nicht also vorher war ja war ja das wort von musa gewesen nein der herr jesus also dieser isa ist der einzige der als geist und wort von allah im koran erwähnt wird sonst keiner das weiß ich ob das so ist da kannst du nachgucken ich lüge dich nicht an alles gut alles gut also dieser isa das ist ein riesen fehler den der koran nicht wieder gut machen kann weil das heißt das ist einer von tausenden fehler ich kann dir noch tappen sich andere zeigen dieser vers allein beweist uns dass jesus christus gott ist weil wenn wir muslime fragen wie hat allah die welten geschaffen würde jeder muss dem antworten durch sein wort allah spricht sei und es ist richtig ja ja und dann sagen wir okay dann ist dieses wort von allah ewig oder erschaffen ewig oder nicht ewig oder erschaffen das wort von allah ja das wort von allah ist doch nicht erschaffen oder nicht das ist das wort von allah das ist ewig mit ihm in ewigkeit schon da ja und jetzt ja und jetzt heißt es dass dieses wort auf einmal fleisch wurde in maria ich glaube das ist in johannes evangelium geklaut im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott und wenn wir einfach das gott ersetzen durch allah im anfang war das wort das wort war bei allah und das wort war allah und wenn wir rüber gehen zu vers 14 und das wort wurde fleisch und wohnte unter uns merkst du es jetzt ne ich danke dir von ganz selbst für kamilo empfehlen wir ne das war es ne also einfach kann man das doch nicht mehr machen ja wenn wir den muslim fragen wie hat allah die welten geschaffen sagt er das wort jesus ist das wort von allah also hat er durch jesus alles erschaffen so wie es kolosser brief steht alles alles ist durch das wort entstanden und alles ist durch den herrn jesus entstanden alles guckt ihr ich lese euch das mal vor kolosser brief kapitel 1 kolosser brief kapitel 1 er dieser ist das ebenbild des unsichtbaren gottes der erstgeborene der über aller schöpfung ist jesus christus denn in ihm ist alles erschaffen worden was im himmel und was auf erden ist das sichtbare und das unsichtbare seines throne oder herrschaften oder fürstentümer oder gewalten alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen bestand in ihm und ihr wollt mir sagen jesus ist nicht gott ihr werdet noch euer blaues wunder erleben woher kommt ihr jesus gottes leugner danke jesus ist gott das war kolosser 1 16 bis 18 1 15 bis 16 kolosser kapitel 1 vers 15 und 16 naja lüge genau du bist ein lugger eine große große lugger bitte nicht so viel lugger machen du bist eine große lugger beluga unglaublich er hat das schon gerafft glaubt mir er hat das schon gerafft nur sein seine realität ist gerade in ihm zusammengebrochen weil das was ich da gerade vorgelesen habe das klingt sehr also das was aus dem koran da also wie es im koran steht das klingt sehr nach johannes evangelium da hatte das rausgeklaut der morgen ich habe zwei fragen zwei fragen erste frage du hast ja mal gesagt dass frauen im islam kein parfüm tragen dürfen richtig Mohammed sagt das also wenn eine frau parfüm trägt und an männern vorbeiläuft ist sie eine ehebrecherin und dürfen männer parfüm tragen das weiß ich nicht das musst du deine religion fragen ich weiß nicht weißt du es ich habe darüber gar nichts gelesen also Mohammed hat ja immer moschus getragen aber voll mit parfüm ok 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 andere frage ist du redest mal über islam christendom und so hast du vielleicht also wenn du willst sag wie du möchtest gibt es vielleicht paar punkte für dich im christentum die du sagen wir mal nicht so gut findest oder wo du nicht so zustimmst jeden punkt stimmig zu 100 prozent jeden punkt ok 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 wie lange bist du jetzt christendom ungefähr elf jahre ungefähr elf jahre ungefähr elf jahre ok das war schon eine frage letzte frage äh was hältst du von aviran und abk und so mach dir lieber gedanken um deine ewigkeit anstatt irgendwelche youtuber die einen kack auf dich geben entschuldigung alles gut alles gut jesus liebt dich und hat sein leben für dich am kreuz gelassen wie meinst du was heißt das ja das heißt dass er für dich stellvertretend bezahlt hat Allah hat ja überhaupt nichts für dich getan Allah will dir sogar noch deinen erlöser nehmen in zure 4 157 wie erlöser nehmen das verstehe ich nicht ja der herr jesus christus ist ja der erlöser der retter verstehst du in äh matthäus 2 11 ist er der retter der geboren wird da kriege ich mal eine frage ähm ich habe mal gehört ein wahrer christ muss an das alte und das neue testament glauben ist das richtig oder wie ist das ein christ glaubt sowohl an das alte und an das neue das beides ist wie ein zahnrad das in sich hineingreift perfekt der herr ist perfekt ok und wenn leute nur ans neue testament glauben sind das richtige christen oder nein die christinnen glauben an das neue testament weil sie sich an das neue testament halten weil sie als heiden zum glauben an den herrn jesus christus kamen wir haben nichts mit dem irdischen volk israel zu tun das irdische volk israel hat ja ihren messias verworfen deswegen stehen sie ja noch im alten bund wir stehen im neuen bund mit dem herrn jesus christus nach jeremia 31 31 also erhältst du dich mal in das neue testament muss ich der herr jesus christus ist ja mein herr und mein gott er ist ja im neuen testament mensch geworden das alte testament hat sich erfüllt im neuen testament und jesus christus als der ewige gott wurde mensch und kam für unsere sünden ans kreuz zu gehen also kam um für unsere schuld ans kreuz zu gehen und du hast das alte testament auch gelesen oder ja natürlich habe ich das alte testament gelesen ok 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 du musst dich auch hinsetzen und dann dich damit auseinandersetzen mit den prophezeiungen des messias ne beispielsweise in psalm 22 den kompletten leidensweg des herrn jesus christus guck dir das mal bitte an wie präzise der herr jesus christus ist in psalm 22 durch den propheten david und was er wieder ihr glaubt ja auch an sabu du bist ja muslim oder nicht ja genau ihr glaubt ja an die ganzen prophetenbücher und eins davon ist ja sabu die psalmen ok ja und dann sagt der psalmist der david sagt in psalm 22 du kennst doch wenn muslime einen fragen ja wenn jesus christus gott ist warum hat er dann am kreuz gesagt mein gott mein gott warum hast du mich verlassen richtig ja der herr jesus christus macht nichts anderes als prophezeiungen gerade erfüllen guck mal hier da steht schon 600 jahre bevor christus überhaupt da war mein gott mein gott warum hast du mich verlassen das kann jeder von euch nachlesen psalm 22 warum bleibst du fern von meiner rettung von den worten meiner klage mein gott ich rufe bei tag und du antwortest nicht und auch bei nacht und ich habe keine ruhe aber du bist heilig der du wohnst unter dem lobgesenk israels auf dich haben unsere väter vertraut sie vertrauten und du hast sie errettet zu dir riefen sie und haben rettung gefunden auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu schanden ich aber bin wie ein wurm und kein mensch ein spott der leute und verachtet vom volk alle die mich sehen spotten über mich sie reißen den mund auf und schütteln den kopf er soll doch auf den herrn vertrauen der soll ihn befreien der soll ihn retten er hat ja lust an ihm kennst du diese worte die die gesprochen haben am kreuz als sie gesagt haben er sollte sich doch retten wenn er der sohn gottes ist das ist eins zu eins komm her ja du hast mich aus dem leib meiner mutter gezogen du warst meine zuversicht schon an meiner mutter brust auf dich bin ich geworfen vom mutterschoß an vom leib meiner mutter her bist du mein gott sei nicht fern von mir denn drangsal ist nahe und kein helfer ist da es umringen mich große stiere mächtige stiere vom barschern umzingeln mich sie sperren ihr maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender löwe ich bin ausgeschüttet wie wasser guck mal wenn jetzt die kreuzeszene kommt ich bin ausgeschüttet wie wasser und alle meine gebeine sind ausgerenkt mein herz ist geworden wie wachs zerschmolzen in meinem innern meine kraft vertrocknet wie eine scherbe und meine zunge klebt an meinem gaumen weißt du noch als der herr sagte gib mir zu trinken meine zunge hängt an meinem gaumen und du legst mich in den staub des todes denn hunde umringen mich eine rotte von übeln tätern umgibt mich sie haben meine hände und meine füße durchgraben die nägel in die hände durchgeschlagen ich kann alle meine gebeine zählen sie schauen her und sehen mich schadenfroh an als sie den herrn jesus christus verspottet haben sie teilen meine kleider unter sich und werfen das los über mein gewand komm ich kriege gänsehaut am ganzen körper da steht 600 jahre vorher in den psalmen und wo finden wir das in matthäus 27 vers 35 markus 15 24 johannes 19 24 als die söldner das los um das gewand des herrn jesus christus geworfen haben weißt du was das heißt dass sich das erfüllt 600 jahre vorher das kannst du ja gar nicht absprechen mit allen möglichen quatsch das ist ja völliger blödsinn ich habe noch eine frage korrigiere mich falls ich falsch schläge also ich kenne mich nicht so gut aus ich habe mal so gehört dass jesus früher menschen geheilt hat stimmt das oder ist nur so ein der jesus christus kam in das sein und hat menschen geheilt blinde geheilt leberkranke lahme gehend gemacht aussätzliche tote auferweckt also alles das gegenteil was mohammed gemacht hat mohammed hat blind das also sehende blind gemacht er hat gesunde menschen verkrüppeln lassen er hat der hat menschen ausgeraubt also genau das gegenteil was jesus christus gemacht hat okay 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 juli zu amir danke dir für deine zeit danke für die antworten und einen schönen abend dir noch ja Gott segne dich und deine familie treff die richtige entscheidung für jesus amen ja betet für den jungen mann der schien ein guter zu sein hallo amir hallo meine liebe gott segne dich und deine familie gott segne dich auch und deine familie ich hätte eine kurze frage und zwar es geht jetzt hauptsächlich jetzt nicht um das thema islam es geht um das thema ehe was sagt die bibel jetzt über einen mann der zurück zu seiner mutter sein vater und nach hause gegangen ist so das kann ich nach seiner frau nicht einfach so verlassen er hat sein kind und sein seine frau verlassen und ist jetzt also die mutter hat halt dauerhaft von anfang an gar nicht akzeptiert die ehe die frau hat sie nicht akzeptiert dauerhaft wurde die frau halt beleidigt und ja der papa hat ja auch halt die schwiegertochter geschlagen der vater die schwiegertochter geschlagen genau genau und jetzt ist halt das problem ist dabei dass der sohn halt also der ehemann halt zurück zu der mutter zum vater gegangen ist und jetzt fordert er halt auf dass die frau es akzeptiert und ja die eltern haben ja halt viel mehr zu sagen als der mann und die frau ne und normalerweise kenne ich das jetzt aus der bibel ganz anders aber die bringen es hat gesagt also durch den apostel paulus dass wenn ihr auseinander geht dann nur für eine weile damit ihr fastet und für gott so ins gebet geht aber dann kommen wir zusammen damit der satan euch nicht verführen kann ja die familie halt hat sich sehr viel eingemischt und jetzt ist halt hat jetzt derjenige überhaupt den blauen ich glaube nicht also nachdem was du mir sagst ist überhaupt gar nicht hatte gar kein herrn übersicht also der geht halt zur gemeinde mit seiner mama und so die beten auch angeblich für die ehe und die wollen auch halt mit dem pastor reden und sowas und das haben wir auch halt gemacht aber da hat ja die mutter nichts zu suchen da hat ja nur der mann und die frau was zu suchen genau die darf sich nicht in das eheleben einmischen der mann ist das haupt der frau und die und das haupt des mannes ist der jesus christus und ihr habt einen herren über euch so wie der mann über dich haupt ist so heißt es aber auch dass ihr ein fleisch werdet und der mann bereit sein muss auch sein leben für dich zu geben so wie du auch bereit sein muss für ihn alles zu geben also das ist ein geben und ein nehmen nicht nur ein nehmen 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 also ich habe ihn halt auch öfters nach hause geholt ich habe ihn auch gesagt dass ich deine mama und so vergebe aber entscheidungen im leben treffen wir nur wir beide das problem ist halt hierbei dass er ist angeblich nach hause gekommen aber im alltag ist er halt die ganze zeit vor ort bei seiner mutter und am abend kommt er halt wieder hierher die mutter nimmt sehr großen einfluss so wie ich das raushöre auf ihn ja also man merkt halt dass er lieber mit seinen mit seinen geschwistern mit seiner mama mit seinem papa lieber mehr zeit verbringt im alltag als jetzt halt mit seiner frau oder seinem kind wird eine große verantwortung mit seiner eigenen familie das darf er nicht machen wenn er wenn er sich nicht um seine eigene familie kümmert der ist schlimmer als ein ungläubiger sagt die heilige schrift wenn er also wenn er richtig wenn ihr verheiratet seid und er kümmert sich nicht um dich dann ist er schlimmer als ein ein ungläubiger sagt die heilige schrift absolut ja also da hat mich halt auch aufgefordert jetzt gehen wir zu meiner mutter weil wir halt jetzt hier kleine feier haben und du kommst jetzt hier mit ich hole dich jetzt ab und ich meinte zu ihm ich möchte aber da nicht hin daraufhin hat er mir gesagt ja dann warte gar nicht auf mich ich komme gar nicht mehr nach hause ich bin jetzt dr schicht gewonnen für eheprobleme also nee aber ich komme jetzt vor wie dummian ey Ari du kennst ja hat die bibel sehr gut und äh das tut mir leid aber ich lese mal die Kommentare hier vielleicht ich bin eine christin ich bin eine christin ich musste gerade wegen den Kommentaren hier lesen das ist das ich habe jetzt halt nicht sehr viele Bezugspersonen die auch im christlichen Glauben sind wo ich sagen kann okay darüber kann ich jetzt mit ihnen sprechen ja ich weiß meine liebe ähm ich rate dir auf jeden fall nimm dir den mann suche ein klärendes gespräch von mir aus auch äh suche dir auch den gemeinde ältesten dass ihr auch vor ihm redet und dann äh klärt das ganze ne ihr habt ein herrn über euch und der mann hat eine große verantwortung gegenüber dem herrn und auch euch als familie ne du bist eine frau ja das Problem ist halt wir haben ja halt schon das gespräch gesucht und im Endeffekt ist er halt trotzdem immer da gewesen bisher irgendwann mal gesagt hat ich komm gar nicht mehr nach hause ja gut in dem fall wenn er wenn er dich nicht mehr will dann bist du nicht mehr an ihn gebunden und kannst du dich ja kannst du eigentlich dann nochmal neu heiraten aber er muss für immer alleine bleiben aber das ist natürlich nicht äh sinn und zweck der ganzen geschichte man muss versuchen ja ich wollte halt nur wissen wie es jetzt am besten äh du kannst ja niemanden zwingen willst du ihn jetzt zwingen dich zwingen nein nein ich wollte halt nur wissen wie ich jetzt in so einer situation weiterhin äh gott Ehre schenke ne als frau ja indem du weiterhin betest und ähm auch das böse äh trägst ne das heißt das heißt auch dass du für christus leiden musst ne vielleicht ist das vielleicht ist das gerade deine züchtigung ich weiß ja nicht was der herr mit dir vorhat ja ich habe dass du irgendetwas gemacht was dem herrn überhaupt nicht gefällt oder vielleicht hat er was gemacht was dem was dem herrn überhaupt nicht gefällt ne das müsst ihr für euch selber herausfinden ja ich kann dazu viel zu wenig sagen ich kenne euch nicht und ich weiß auch gar nicht ja ja verstehe ich ne ich bin auch heute mal kurz so eine andere sicht haben ne wie es eine andere person halt jetzt so betrachtet habe mache ich jetzt gerade was falsch in der situation sind wie ich gerade in diesem moment oder macht kommt der fehler halt doch von jemanden anders oder doch von ihm das deswegen sage ich ich kann zu wenig darüber sprechen weil ich kann mir gar kein urteil bilden ich kenne euch doch gar nicht ich kann jetzt hauptsächlich heißt nicht erlaubt dass die mutter sich da ein mischt natürlich nicht also sie darf sich da überhaupt nicht einmischen der hat eine familie zu führen und nach meinem verständnis der bibel muss er sofort zurück zu seiner also zu dir und sich um euch kümmern und die liebe gottes in seinem herzen wieder aufnehmen und die liebe auch zu dir wieder geben und dem kind das ist normal ja ja gut dann bedanke ich mich bei dir das nette gespräch und ich würde allen bitten alle christen hier dass sie für mich mein sohn und auch meine ehe beten würden der herr macht das schon werden für dich bin ich noch einen schönen abend und gottes und niemals etwas erzwingen wenn du etwas erzwingen dann wird es nur schlimmer und schlimmer auf jeden fall danke dir ok alles klar gott segne dich und deine familie ich auch bis ich bin eheberater geworden das kann doch nicht wahr sein ich mache meine eigene seelsorge auf ehrlich dokter schärer famil und die seelsorge wer hat noch probleme wer hat noch aua aua hallo shirin amir wann kommt die shisha bar ach du heilig ich dachte kommt shirin der kommt auf einmal sein aus shirin wird auf einmal sein ich warte noch auf mein ehrenticket für deine shisha bar ach so entschuldigung du hast zu lange dafür gewartet hier bitteschön du kriegst erstmal ein stufschaltpaket raus das richtige skimail skimail er hat das geschrieben hallo servus hallo mein lieber gott segne dich ich hab noch eine frage an dich amir ja bitte ja bitte du hast vorhin gesagt also als der gute herr da gesprochen hat dass jesus leute gehalten hat die krank waren et cetera lebrakranke und blinde sehend gemacht hat taube hörend gemacht hat und so dann hast du erzählt dass der mohammed genau das gegenteil gemacht hat also taube leute hörende leute taub gemacht hat sehende leute blind gemacht hat kannst du einen der linien dafür geben vielleicht einen beweis dafür geben die auswahl aufjas warum dynamics wir wissen nicht nein ich höre mich nicht ich höre dich nur einmal höre dich ich höre mich ich höre mich nah hier hört mich auch ich höre mich auch das geht die leute liegt das an die oder liegt es am liebsten leiser oder schon mal raus und reinkommen ja oder genau das ist jetzt doppelt hallo hallo dies ist ein test jetzt ist gut wieder 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 viel ja ist ja egal macht sich ja alles klar konnte mir die suche mal vorlesen wenn du das im kopf hast alles klar super ja der lohn derer die gegen allah und seinen gesamten krieg führen ist der dass man ihnen wechselseitig die hände und füße und sie dann du weißt schon ans kreuz bringt oder sie des landes verweist und wenn du dir die geschichte anguckt warum dieser vers herab gesandt wurde da gab es einen stamm namens okil und da kamen leute aus der karawanen und hatten wollten von mohammed so eine so eine empfehlung haben für das empfehlen was habe ich da was für eine empfehlung ich meinte der mohammed also diese leute waren wollten zu ihm wegen dem unerträglichen klima und der mohammed hat ihn empfohlen kamelurin zu trinken und dann haben die leute kamelurin getrunken und die waren überhaupt nicht begeistert da haben die den schäfer einfach nackentherapiert und die kamele vertrieben weil die überhaupt nicht damit zufrieden waren und dann hat der mohammed das erfahren hat er sie bringen lassen hat man mit heißen nägel ihre augen geschlossen und hat ihn hände und füße wechselseitig und dann hat er sie in die heiße wüste geworfen wüste geworfen das ist die das ist der grund für die herabse nicht das ist sehr gut sehr gut das kenne ich auch und du wie du weißt da gibt es auch ein hadith in sahih muslimus nach ibrahim richtig also diese ganze situation handelt sich hier um krisas und vergeltung und vergeltung genau da ist vergeltung ins gleichzusetzen wie einfach ein psychopat der zum beispiel gesunde leute krank macht okay ich habe noch eine andere geschichte ich verstehe jetzt guck mal du hast du hast ja jetzt wollen erzählen erstmal lass mal diese geschichte beiseite stumm dich mal es gibt noch eine andere geschichte ich lese das mal vor guck dir das mal bitte an wie der mohammed reagiert wenn man ihn kritisiert und dann und dann sagt und dann macht ein mann etwas was was kaum zu ertragen ist mit einer frau die nur schlecht über den mohammed redet also nicht vergeltung sondern einfach nur ihn kritisiert was war guck mal hier das ist schon echt ein splatter film das ist so krank pass mal hier berichtet von abdullah eben abbas ein blinder mann hatte eine sklavin die die mutter einiger seiner kinder war sie benutzte schmutzige worte gegenüber dem propheten und zeigte ihm keinen respekt und ihr besitzer befahl ihr dies nicht zu tun doch hörte sie nicht auf den propheten zu beleidigen eines nachts begann sie sich über den propheten lustig zu machen nur lustig machen allein ihn zu kritisieren und lustig zu machen also nahm er etwas spitzes setzte auf ihr bauch und hat sie in die ewigkeit geschickt ihr kind ein kind das vor ihre zwischen ihre beine durch kam also sie war schwanger und hat das den deutsch an ihren bauch gesetzt und dann hat er zugedrückt und dann kam das kind so zwischen ihre beine hervor ihr kind stand zwischen ihren beinen und es war von ihrem blut überströmt als der morgen anbrach wurde dem propheten von diesem vorfall berichtet er versammelt die leute und sprach ich suche bei allah den mann der die der der die tat begangen hat genau und ich bitte ihn mit meiner rechten auf ihm dass er aufstehen soll der blinde mann stand auf und ging zittern zum propheten er saß gegenüber dem propheten und sprach o apostel allahs ich bin ihr herr sie hat mich stets beleidigt und schlimme dinge über mich über dich gesagt ich habe es ihr verboten aber sie hat nicht aufgehört ich habe sie ermahnt aber sie hat ihren ihren verhalten nicht nach abgeschworen ich habe zwei ich habe zwei mir kostbare söhne von ihr und sie war meine gefährtin letzte nach fing sie an dich zu beschimpfen und in verruf zu bringen so nahm ich einen deutsch setzte sie auf ihren bauch und wirkte mit meinem gewicht auf ihr ein bis er durch sie durch ging und sie in die ewigkeit schickte darauf sprach der prophet o ihr leute seid meine zeugen es gibt keine strafe für ihren tod und ihr blut wird nicht vergolten wenn es darum geht und krisas wie du gerade gesagt hat und vergeltung warum lässt der warum lässt der mohammed diese frau diesen mann nicht eiskalt auch um vergeltung dann umlegen also dass das jetzt vorgehen ist mehr oder weniger eigentlich richtig aber kann ich noch antworten er guck mal erste sache es ging halt um diese frau wie du sagst die öfter des öfteren diese beleidigung sportungen gegen den propheten veranstaltet hat bis es hat dann bis zu wem hat dies erwähnt diesen vorfall gekommen ist dass ich will das jetzt nicht erwähnen du weißt ja und der prophet hat das nicht für erlaubt erklärt hat einfach gesagt es wird hier kein blutgeld gezahlt und wenn du weißt zum beispiel das konzern moment hat ja noch nicht was schon angestellen lassen ja aber ich muss sagen kurz du weißt ja was blutgeld ist also das ist ja die entschädigung sozusagen für einen unrechtmäßigen mord unter anderem also stell dir mal vor der schiene hat einfach einfach nur so mit seiner ist stelle mal vor dem typ hat einfach nur problem mit seiner frau gehabt und dann hat er sich hatte gedacht mein gott diese frau geht mir so auf den auf die nerven hat auf einmal aus einem streit heraus hat er sich umgebracht und aus vor dem tod zu entfliehen sagt sie sagt der typ einfach sie hat dich beleidigt wie hat mohammed herausgefunden dass der typ nicht lübt antwortet das ist das was du jetzt gerade gesagt hast das steht das ist aus deiner deine interpretation dass das passieren hätte können aber es hat doch gar nichts damit zu tun stell dir mal vor wir sind einen islamischen stark ich habe die schnauze voll von meiner frau auf einmal streite ich mich mit ihr ich verliere die nerven und dann bringe ich sie auf einmal um und dann sage ich müsste ich eigentlich getötet werden laut islam richtig weil in krisas wenn du jemandem das leben nimmst du wirst du ja selbst das leben nehmen um den tod also zu entgehen benutze ich einfach den hadith weil mohammed selber keine nachforschung angestellt hat diese frau hat er ja umgelegt und mohammed hat einfach ihren tod ja so gebilligt für ihr blut ist kein blut geht zu bezahlen sprich wenn ich in einem islamischen staat leben meine frau auf die eier geht ich mich mit ihr streite ich die umlege brauche ich einfach nur um den tod zu entkommen zu sagen die hat das oder beleidigt ich schwöre auf allah die hat das oder beleidigt wieder wie die muslime haben erst bei uns braucht man vor allem wenn es um solche sachen geht wie was du gerade gesagt hast müsste es bestimmte zeugen geben ja warum gab es keine zeugung ist wir zuerst mal er ist der prophet verstehst du was ich meine er ist der prophet so weiß dass zum beispiel s sachen gibt die gelten für den propheten aber gelten nicht für uns wenn wir zum beispiel wie du es heute gesagt dass wenn wir jetzt beispiel wir haben einen staat also ein ist da und so etwas passiert es kommt zu einem mordfall etc dann kann nicht einfach jemand sagen laut der scharia wird das nicht angenommen kann ich einfach jemand sagen ja sie hat den propheten beleidigt ist das sondern wenn dann wird nachfolge noch schon nachforschung angestellt weswegen et cetera zeugen faschisten warum wieso weshalb es dazu gekommen ist da kann man nicht einfach sagen so wie du jetzt gesagt dass er dann ich würde schon verstehen was zu sagen willst da könnte ja jeder theoretisch sozusagen der mordstrafe entgehen richtig so sieht es aus ich lese dir einfach mal vor mach dich mal stumm dich mal guck mal hier fatwa zu dem zu dem hadith antwort auf die frage 6491 merkt euch das bitte islamweb.net aus dem vereinigten königreich wir bestätigen die authentizität dieser erzählung der grund weshalb dem mann der die frau getötet getötet keine strafe auferlegt wurde war der dass er explizit bei rasul allah geschworen hat hatte so eine person wird als muba mubao dam bezeichnet das heißt es wird kein anspruch auf vergeltung erhoben siehe badloul mashud band 6 seite 125 es gibt ejma einen grund für diese regel und allah ta'ala weiß das ist am besten maulana muhammad ibn maulana arun ambassador fakultät mit schwerpunkt hadith geprüft und genehmigt von mufti ibrahim desai guck dir das mal bitte an und das zeigt ebenfalls dass muhammad wichtiger ist als allah wenn man im islam allah beleidigt werden einem drei tage zeit gegeben die beleidigung zurückzunehmen und reue zu zeigen andernfalls wird man nackentherapiert doch wenn man muhammad beleidigen wird man nackentherapiert auch wenn man reue zeigt das ist islam also erst mal ganz kurz wegen dem beleidigen des propheten gibt es unter anderem ein ich mal dass da die todesstrafe anzuwenden ist aber unter den rechtsgelehrten gibt es auch ein meinungsverschiedenheit ob so jemand also erstmal selbstjustiert ist unsere religion nicht erlaubt das heißt nicht dass jeder irgendwie jemanden jetzt nackentherapieren kann wenn er den propheten spotten hat das muss dann vor einem scharia gericht richtig verhandelt werden selbstjustiert ist bei uns verboten wo war denn die verhandlung für den mann und für den mann ganz kurz ich gehe gleich drauf ein was war ich für ein punkt propheten kritik ja genau genau die einzelnen rechtsgelehrten haben unterschiedliche meinungen ob man so jemanden halt direkt sozusagen eine todesstrafe ausgesetzt wird oder ob er auch drei tage zeit hat zu bereuen manche sagen zum beispiel auch eben team ihrer himmel sagt zum beispiel solche leute werden erst mal ins gefängnis gesteckt ne der der im tag mir sagt dass er sagt dass er sich geschwärts schwer den propheten will wer es wagt den zu beleidigen den mussten denn auch wenn er beruht das sagt eben nein ich lüge nicht ich sag nur dass es in seinen es gibt es gekommen ich habe auch freunde bestätigt ich habe freunde beschädigt dass es eine schmerz gibt für die todesstrafe jemanden genau ich meinte nur das ist in der in der in der spezifischen thematik ob so wie viel zeit oder ob so eine person zeit geschenkt wird zu bereuen bei allah gibt es bei muhammad gibt es keine zeit er muss auch wenn er bereut laut imam malik wie ich weiß und achmed ibn hambal gibt es bedenkt haben hat ganz auf den hadis eingehen warum hat muhammad keine nachvollständigkeit und herauskommt ob der typ die wahrheit ist er ist doch der prophet du sagst du dass du sagst dass der mensch der welt ist und dass er dass er die leute gerecht behandelt ich war die gerechtigkeit für die frau diese frau ist unter hat den tod verdient aber du weißt es doch gar nicht gelogen nein wir gehen aber nicht davon aus weil wir weil der prophet hat das bestätigt dass das so passiert ist er hat nicht gesehen der typ hat nur einfach gesagt sie hat dich beleidigt okay alles wenn dieser man tatsächlich ein lüger gewesen wäre wenn das gelogen wäre dass der prophet ihn entlarvt hätte kennst du nicht wie viel guck mal ich frage ich eine frage du kannst noch viele hadisse wo leute mit lügen zum propheten gekommen sind obwohl er sie gesagt hat nein du sagst gerade nicht die wahrheit oder du lügst er ist doch der prophet er ist doch der gesagte gottes er wird doch wissen wegen diese dinge hast du gesagt dass was du vorhin vorgelesen hast diese was war das kommentar zu diesem hatte ich das war die fatwa genau weil der typ explizit auf muhammad geschworen hat genau das handelt sich aber ich kenne diese fatwa das handelt sich meines wissens nach nur auf diese person und nicht als allgemeinregel für alle muslime er wird doch wenn jemand in einem islamischen stadt auf das so lange schlitter ist das dann gilt eine person als die diese diese art und weise vorgehensweise der exekution jetzt meine ich das ist nicht in der schädigung verstehst du für jeden muslim das ist bezogen auf dieses eine ereignis verschützt was ich meine auf dieses eigene ein ereignis ist immer vor das szenario ist haben wir haben das machen wir machen das mal das stimmt ich kann das nicht mehr tragen das ist unglaublich wir stellen bevor wir haben jetzt so einen fall schon wieder wo auf einmal der typ mit seiner frau zu hause ist und diese frau auf einmal anfängt muhammad zu beleidigen aber sie beleidigt ihn wirklich und niemand kriegt das mit der typ tritt komplett durch weil er das nicht ertragen kann das oder so lala gerade beleidigt wird nimmt ein deutsch macht genau dieselbe aktion wie ihr das ganze blut liegt auf dem boden und alles wirklich die frau ist hingerichtet der typ steht dann da ruft die polizei und sagt bitte kommen sie wir hier ist ein streitfall passiert wie erklären wir das denn was haben wir aus der sunnah ich schwöre bei rasulallah ich schwöre auf allah diese frau hat muhammad beleidigt so eine person ist was darf ich darf ich darauf antworten also erstmal wenn so ist wenn wir sie jetzt davon ausgehen dass so ein beispiel sich jetzt heute wiederholt er dann hat dieser mann ganz klar eine eine sache gemacht die haram ist weil es ist selbstjustiz im islam ist verboten nicht jeder der den wenn du jetzt hörst jemanden auch in der islamischen staat wie jemand die propheten beleidigt hat dann muss das zum beispiel zwar ist bar zur religionspolizei erst mal zur anzeige gebracht werden es ist nicht erlaubt dass du einfach selber in deinem haus oder privat oder draußen einfach auf jemanden los geht sie nackentherapie ist weil er das gesagt hat selbst wenn das stimmt kannst du erst mal darfst du nicht haben nicht in selbstjustiz handeln erste sache zweite sache wenn jemand zum beispiel kommt und behauptet diese person und diese person hat den propheten verflucht oder beleidigt dann muss es dafür meines wissens nach muss es erst mal vier rechtschaffende zeuge geben die das gehört haben und beschädigt haben weil er sonst wird hier jeder so eine lüge gegen jeden erdichten um sich das ist aber das was ich dir erklärt habe ist diese diese hat dies ist spezifisch nur für diese eine situation in der regelung in der scharie verstehst du der scharia ist das anders zu handhaben verstehst du du kannst doch einfach an profil wenn zwar steht jemand den islam verlässt was ist ja dann du weißt du was die man ist in seinem mutter oder du kennst doch seine regelung oder ja man muss ihn drei tage unter anderem aber was passiert danach er wird nackentherapiert richtig genau okay darf das jeder machen darf ich jetzt meinen nachbar wenn er den islam verlässt darf ich ihn nackentherapie oder muss er von der scharia erne dann gerichtet werden sind nicht in einem scharia herstarten das darfst du nicht aber kannst du mal bitte ich kann das nicht mehr tragen diese doppelten ja also unter der scharia musst du natürlich sich dem scharia system unterordnen aber du siehst ja dass muslim auch die befähigung gegeben wurde zum beispiel durch zure 9 vers 5 jeden muslim auf also jeden kärfe und jeden götzen diener auf der gesamten erde im allgemeinen auf jeden platz denn anzugreifen nach 9 vers 5 eben kathien darfst du eben kathien also sogar kann ich reden oder möchte noch sagen ja erst mal du weißt ja dass der jihad in die gibt es drei etappen und die letzte etappe des jahres ist die bekämpfung der musik und der kufaar allesamt und das uhr 9 vers 5 uhr 9 vers 29 et cetera allgemein ist eine löst die vorherigen sozusagen friedensverträge aus auf die wir hatten mit dem musik und et cetera und du jetzt zum beispiel sagt es ist immer es ist immer dass das blut des kerfels allgemein erlaubt ist dann ist das nicht nichts falsch ist das ist unter den rechtsgeleiten einige meyer also das stelle vor ich stunde ich mal also ja du hast gerade gesagt dass das blut des kerfels also alle die wir hier sind ganz deutschland europa wir sind der kufaar dass unser blut halal ist das hast du gerade selber zugegeben stell dir vor man würde dir das antun dass deine dass diese dass wir losziehen und dich auf der gesamten erde die muslime die einheit gebieten und nackentherapien würde das gefallen das sind jetzt was eine unterschiedliche sache jetzt wir haben jetzt du redest jetzt sozusagen über die umsetzung ja sozusagen erst mal wenn wir in der minderheit sind ja nie wir sind keine einer nicht eine religion von einer hier faschisten wo jeder auf jeden losgeht sondern wenn man zum beispiel die koha hat die macht hat in der nahzahl ist wenn man die stärker die militärische stärke dann macht man das wie der gesamte alaihi salatu als er dann gesagt hat wenn man loszieht gegen die musik und gegen die kufaar da steht man sie vor drei optionen nicht direkt nackt ich antworte nur auf deine frage verschwärts wie gesagt dann stellen wir drei was macht ihr zum beispiel wenn wir die oberhand haben dann nehmen wir unser land oder uns an boden besser muss auch mit woher ein jahr also mit gewaltig durchgottlich seht ihr lieber gesagt wie der islam ist das gehört hat das gehört also ich muss mich nicht vor der ich muss ich schäme mich nicht vor den kufaar verschießt und wenn du mich was trägst ich sag dir ist es nicht du bist wenigstens wenn sie zum beispiel solche sachen leugnen verstehst du wie zum beispiel mit ich mal über das blut des kaufels et cetera solche sachen dann natürlich ja siehst du das ist das wenn du dich schadet wenn du dich schadet von aller leuten ist dann bis natürlich aus der religion raus genau der islam hat sich durch das schwert verbreitet die brutale wahrheit auch gesagt was der islam hier vor hat und was in naher zukunft dann passieren wird wenn ihr die oberhand habt ihr werdet also wie rasulallah uns vor drei alternativen setzen und das ist eure absicht siehst du und das genau das sagen wir die ganze zeit und jetzt darfst du dich nicht wundern aber mohammad wenn zum beispiel leute die das hören dich aufgrund deiner religion dann bekämpfen werden muss dann damit einverstanden sein und sagst ja ich würde das ja auch antun verstehst du ja gut wie gesagt kann kurz über diese fragen gesprochen ich habe eigentlich die fragen geschäftigte stellen wollte ich glaube ich konnte auch die beantworten was du wissen wolltest ich würde auch hier den nächsten muss noch platz lassen okay mein lieber gott segne dich danke für deine ehrlichkeit alles klar ja ein ehrlicher muslim habt ihr das gehört hat genau das besteht was ich die ganze zeit gesagt habe durch 295 alle wenn jemand sich auseinandersetzt mit 295 und die aussagen der gelehrten was die dazu sagen dass das blut des kerfels halal ist und dass man sie vor drei alternativen stellen sollten was sind die drei optionen islam jizia oder nackentherapie absoluter wahnsinn deswegen habe ich gesagt ihr muslimi muss vorsichtig sein wenn ihr also mit so einer religion und dankeschön wenn ihr also mit seiner religion hier nach europa kommt und die europäer ja aufgeklärt sind und lesen können und wissen ganz genau was ihr vor habt dann braucht ihr euch ja nicht zu wundern wenn die wenn die europäer euch das eines tages antun das ist das wir sind ja raus aus dieser aus dieser matrix wir haben nichts damit zu tun wir wollen ja nicht das erdliche unser bürgerrecht ist wo ihr lieben wo ist unser bürgerrecht im genau im himmel ja aber ich finde seine ehrlichkeit sehr sehr gut möge der herr seine augen öffnen für die wahrheit immer schön fernseh gucken und seinen ewigkeit verpassen ich würde das nicht wundern wenn einer von wenn er so ein sympathisant des islamischen staates war der abu die gar ich glaube ich habe bis aus versehen drauf gedrückt ich höre dir eigentlich nur zu dich auch bravo danke ja ich weiß ich leute habt ihr da guckt noch mal bitte falls ihr eine anfrage geschickt da wenn ihr das nicht wollt dann stellt sie zurück also nimmt sie zurück bist du morgen wieder live so gott will ich habe gerade nur so ein teil mitbekommen die von das alte findest also die sehr schlimm ich weiß nicht wenn du das schön findet dass dass man in demütigung und schande steuern bezahlt und bei nichtbezahlung dann nackentherapiert wird wieviel prozent sind das gesierter sind wenn du das in erniedrigung und schande bezahlen muss und einen nackenklatscher bekommst und bei nichtbezahlung nackentherapiert gehörst dann ist das natürlich das allerletzte dreckhaufen was jemals gesehen hat wenn steuern hier dreckhaufen für dich ist alles gut der typ hat so viel kamen ist alles okay es ist überhaupt kein problem der versteht das einfach nicht alles gleich es ist überhaupt kein thema in den islamischen land zahlst du nicht so viele steuern wie du hier in deutschland bezahlt das heißt vielleicht einmalig steuer und dann ist der mensch auch zufrieden hier zahlst du alles doppelten dreifach alles ist gut aber mir lasse ich nicht provozieren von diesen kamen auch jemanden unglaublich also in der enzyklopädie des islamischen rechtes in band 15 auf der seite 149 müsste es sein gucke ich aber gleich noch mal da heißt das dass das wort jizia auch erklärt wird denn das wort jizia kommt vom wort stamm das bedeutet strafmaß strafpensum das bezahlen die leute des schriftes um sich vor dem nackentherapie zu schützen bezahlte steuern um sich vor der nackentherapie zu schützen der typ hier ich muss nur mich beruhigen damit ich nicht in das handy reinschreie beruhig dich alles wird gut alles wird gut unfassbar jesus christus was ist hier bloß los ich habe eine frage nur bitte ja was machst du mit deinem bart dass er so stabil ist ich brauche vier euro für diese frage vier euro ansonsten geht es nicht aber kein scheiß man was denn vier euro pro frage das ist doch legitim guck ich mache keine fitner ich stelle eine vernünftige frage nein was mache ich denn für mein bad gar nichts soll ich denn da machen ich weiß nicht so was stramm ist bruder ist stramm ja keine ahnung strammer max okay bleib wie du bist ja ich gehe wieder zu deinem bruder danke ja okay gott segne dich und deine familie mein bester dich auch was machst du für diese bat ich habe einen kamel ring drauf getan gott segne dich und deine familie ja genau der mohammed hat die zunge in den mund von al hassan reingesteckt nein 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 da war von 645 wer für mohammed betet für den betet allah zehn mal so ja allah betet für die leute zehn mal genau ja ja das finden wir auch im koran geht es wurde ja falsch übersetzt und so jetzt soll die wird benutzt oft und so genau ist der allah ist öfter anbeten und so und deswegen frage ich mich zu ihm wer betet ich weiß es nicht vielleicht bietet er zu seinem anderen bein da hat er noch ein bein also eine bein bitte zu einem anderen bein und er sowieso und ich habe eine frage an dich wenn ich dir jetzt was krasses erzähle ja und ich schwöre dir auf meine flasche wasser glaubst du mir und warum ich deswegen frage ich mich warum der allah auf eine feige schwört wenn er gerade erzählt wie er dich erschaffen hat sehr sehr schwierig und die muslime die raffen ja gar nicht dass der allah die ganze das erschaffene dinge schwört kein normaler mensch schwört einfach auf eine fernbedienung oder auf ein bett oder auf irgendwas oder auf eine olive oder so was unser der herrn der bibel gesagt hat er hat einmal geschworen und er hat auf sich selber geschworen weil es nichts höheres gibt als ihn habe ich schon merkt euch das hebräer 6 13 noch eine sache was auch wichtig loszuwerden ich frage mich bis heute wo ist der steinigungsvers der wurde von der ziege gefressen sondern man ist ja nicht so einig ob das ein schaf war weil da steht der schieb oder ziege ich habe schon öfter gehört ja die mächtige das mächtige schaf kam rein hat alles gefressen naja da waren die bekümmert und es war unterreicht das kissen das mächtige schaf kam vorweist gesehen wie süß das ist das hat allahs verse gefressen habt ihr gesehen alle nicht nur das sondern auch den ferns über das stillen von erwachsenen ja genau das wurde im koran überliefert und es befand sich im koran die muslime haben es rezitiert und heute finden wir weder den steinigungsvers noch des brustsaugen eines erwachsenen und stell dir mal vor jetzt matthäus wäre ein muslim würden wir ihm vertrauen aber einfach sural bakra und sural miram wird einfach von einem christ geschrieben der danach gesagt mohamed weiß nichts über das was geschrieben außer das was ich geschrieben habe das ist so schlimm alle haben mohammed als falschen propheten ertappt nur die muslimer jetzt diese sagen wir 600 muslimer die glauben das nicht und wenn du dann die quellen gibst und die das lesen werden die das irgendwie versuchen zu verdrehen warum weil die den heiligen geist so sieht es aus ja musst du beten für diese leute dass die aufwachen bevor es spät ist und ihre augen zum ewigen verdammnis auf aufmachen ich küsse dein herz ja mach weiter ich küsse ich küsse ich habe auch demnächst möchtest du vorbeikommen ja gibt's doppel apfel ne da gibt es doppel kamelurin warum nicht ganz weil die kamelurin viel besser findet den flavor du laufst so viel doppel doppelkopf kamen genau tippen wo man auf gott hat gesagt tippen tippen hallo ja 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 bist du iraner ja ja hör mal zu ich komme ich zeig dir mal eins scheiß mal auf diese ganze glauben und auch jetzt islamisch nein ohne scheiß ich scheiße auf alle glauben weil das ist sowieso eine lüge der menschheit ja egal ob islam kris juden ich weiß gar nicht was zu erreichen wissen wir bei islam würde ich das noch verstehen würde nicht bei jesus alle nicht nur islam alle wo man wie iraner ja wie iraner bekommen normalerweise bekommen von kuros sein volk ja damals gab es noch nicht mal diese ganze religion geschichten ja bestehst du ein richtiger iraner hat kein glauben also glaubt nicht an diese mist ich weiß ich werde die gehirn welche gemacht hat und einfach unnötig glaubt mir du kannst doch alles herausfinden ob das die wahrheit ist oder nicht weiß zwei weiß was für mich die wahrheit ist weiß was für mich die glauben ist nein für mich für mich ist die zukunft ja das was die zukunft sagt das ist ich glaube nicht das was in irgendwelche bücher steht oder was geht zurück in die zukunft wo er hätte mir hier eine predigt meine güte hallo gottesegen hallo mein lieber gottesegen dich und deine familie ich hatte eine frage und zwar ich habe heute debattiert beziehungsweise er hat mich angeschrieben er meinte glaubst du dass jesus gott ist und ich habe ja gesagt und er meinte ja welche verse hast du denn und ich meinte zum beispiel habe ich gesagt philippa 2 vers 5 bis 7 und er meinte das ist halt von paul geschrieben wurde und nicht von jesus gesagt wurde ja und hat den koran geschrieben und der zählt über jesus das sind nicht jesu worte das hat doch mal mit aufgesprungen dass das wenn du sagst ja und ich habe ein bisschen unsicher weil zum beispiel auch johannes 1 vers 1 hat er auch gesagt dass es angeblich von einem jüdischen theologen von damals kam aber eben nicht von johannes oder jesus diese leute sind das befindet sich in seinem koran 471 genau dasselbe jesus christus das wort und sein geist ist von allah johannes evangelium hat ein problem mit seiner eigenen religion eine frage habe ich noch und zwar johannes 8 58 er abraham ward bin ich ja genau er meinte dieses im oder halt in deutschland bin ich ist halt ein eigenname deswegen hat man den quasi nicht übersetzt und das bedeutet einfach nur der jesus christus benutzt den eigennamen der gottes aus dem alten testament als er sich mose vorstellte ich bin der ich bin der sein der der ewige das ist der name jahwe der ich bin das ist sein name so hat er sich vorgestellt ja und da sagte jesus christus zu den pharisäern er abraham ward bin ich so ist das sonst wird der jesus was was für einen sinn ergibt das denn ihr werdet in euren sünden stemmen wenn ich bin ich glaube dass ich es bin was meint ihr damit denn johannes 8 24 hast du darüber schon mal gedanken gemacht der jesus christus sagt ja in seiner gottheit liegt auch der schlüssel zur vergebung wenn du also nicht glaubt dass jesus christus ins fleisch gekommen ist das heißt dass gott mensch wurde dass er von ewigkeit her ist dass er der gott des alten testaments ist dann bist du verloren dann glaubst du an einen anderen jesus an einen falschen jesus so ist das deswegen sagt der herr nicht jeder der zu mir sagt herr herr wird ins himmelreich eingehen es gibt leute die sagen ja der herr jesus ist der herr aber da verstehen sie gar nicht was das eigentlich bedeutet der herr ist nichts anderes als jahwe selber dankeschön gott segne dich und deine familie aber frag sie mal wer ist die wahrheit wer ist das leben wer ist die auferstehung wer ist der erste und der letzte das sind alles namen allahs ja ja dann kannst ihn zeigen johannes 14 6 offenbarung 1 18 und das licht an nur in johannes 8 fest 12 das ist mein konfig spruch ja ja ich werde jetzt konformiert und deswegen ich habe den spruch genommen ich bin das nicht der mir nachfolgt der wird nimmermehr ein finsternes wandel genau ja ja also dankeschön weißt du was ich traurig kann vor kurzem habe ich ein video zugeschickt bekommen wo ein typ leute auf der straße gefragt hat welche konfession gehörst du an die waren alle so stolz zu sagen eine christian ich bin ich bin christ ich bin alle sagen ich bin christ ich bin christ und dann sagte er zu ihnen zu denen kannst du einen vers aus der bibel zitieren nicht ein einziger konnte einen einzigen vers aus der bibel zitieren weißt du wie traurig ich darüber war das ist klar richtig entsetzt über diese ganzen alle sagen so mit lächeln klar ich bin doch christ mit fetten goldketten und sowas kreuz kennen nicht einer konnte einen bibelvers einen einzigen bibelvers das ist unglaublich muss traurig drüber weiß sehr sehr enttäuscht sehr enttäuscht deswegen sage ich euch setzt euch auseinander mit der heiligen schrift liest das wort gottes lasst es in euch gedeihen auch wenn ihr wisst ganz genau dass ihr nicht perfekt seid ihr werdet sündigen ihr werdet fehler machen aber sucht die gemeinschaft mit dem herrn jesus christus denn er hat es verdient auf jeden fall also dankeschön 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 dass alle geantwortet ist gottes segen gott segne dich danke dich auch mein lieber dann einen schönen abend ach guck mal was der für einen namen hat der hat die sura mit den schwellenden busen anna aber das ist die 78 hey wie geht's habe ich recht das ist die sura 78 was du hast anna aber ja genau da geht es um die frau mit den schwänden busen hast du gesehen doch das schön auswendig aber ich war kein moslem was die leute haben recht war jeside oder sowas erklärt die haben nichts besseres zu tun als nur kacke zu labern den ganzen tag unglaublich ja ich habe eine frage an dich und zwar hast du mal ein hadith zitiert wo die hudis 2,6 breite kilometer breite hinter 1,6 kilometer breite 1,6 kilometer und die erektion vom mann ist glaube ich so groß wie eine palme oder wie war das die erektion ist 70 jahre lang so lange geht sie ok 70 jahre lang so das fuß wird das pferde mensch oder wie genau ist das denn ich weiß nicht das ist kathol religion ehrlich ist genau die eine ist 1,5 kilometer die andere 70 immer vor du musst den konvertiten das erklären ja also wir glauben an ein himmelreich in dem gott eine 70 jahre dauer organismus verspricht und unserem pnis so dick und so lang macht wie eine palme und der hintern dieser holix 1,6 kilometer ist die warten mit schwellen und busen wie hippo ball party vor allem du musst dir vorstellen dass das rezitieren die leute ja auch in mecca werden sie beten ich weiß so wie dieser jahri al jana kennst du den dass ich nicht zu schämen schäm dich nicht alle hat die musen erwähnt dass du dich freust weil die meisten schämen sich rund um den boden wenn es darum geht dass alle diese brüste dieser frauen so anspricht ne ja aber ist ja alles metaphorisch wie du weißt metaphorischer busen metaphorischer busen denn ich denn ich schlafft sondern rund hängen also rund und fest ist mit dafür ja das war es auch schon danke dir gott segne dich und deine familie wie ich das sofort erkannt habe so daran aber dass dies vor 78 mit den schwänden brusey 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 Erektile Dysfunktion, oder wie heißt das, wenn der Mann leider nicht mehr fähig ist. Eine Erektile Dysfunktion, genau. Der Allah macht das schon. Das ist heftig. Das ist eine Religion. Unglaublich. Stell dir mal vor, man müsste die Wahrheit sagen über den Islam. Die Muslime würden die Wahrheit über den Islam sagen. Bitte jetzt nicht anfangen, Amir. Das tut mir leid, das musste ich nur kurz erwähnen. Stell dir mal vor, die würden erst mal Deutsch lesen. Genau, stell dir das mal vor. So. Ein Mischend. Amir. Ich bin da. Ich muss nie, wir warten, muss ich auch hören. Aber das, am höchsten Gericht, das scheiß wird ich kaum. Was ist das, Mann? Was machst du da? Ich guck grad Anime, Bruder. Was geht bei dir? Und du sagst zu mir, am Tag des jüngsten Gerichts? Kommst du in die Hölle und was brennt. Und das sagt mir jemand, der gerade Anime guckt. Ja. Schämst du dich wenigstens ein bisschen, mit sowas hier hochzukommen und dich so lächerlich zu machen? Ja, aber ich freue mich, wenn wir in die Hölle kommen, Bruder. Ach, du freust dich überall, dass wir in die Hölle kommen? Mhm. Ja, siehst du, wem folgst du eigentlich, dass du dich so freust, dem Teufel? Nur der Teufel freut mich. Ach doch, Vollau, wenn man aufbruder. Weißt du eigentlich, dass Allah dir das, weißt du eigentlich, dass Allah dir in Sura 83, Vers 34 bis 35 so Kinofehlungen gibt, die unsere Augen am zerplatzen sind und das Bild auf unseren Körper rausschließt? Nein, 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 ich schaue nicht, Bruder. Ja, ich sag dir, der bringt dich dann zum Lachen der Allah. Du findest das wundervoll, dass wir Christen und Juden und alle Andersgläubigen in der Hölle am leiden sind. Nein, finde ich nicht gut. Ich finde es besser, wenn du ins Paradies kommst, aber du willst ja nichts akzeptieren. Du willst die Wahrheit nicht erkennen. Das ist die eine Sache, das ist die eine Sache, aber der Allah, der gibt dir so Kinoplätze, also ihr bekommt im Paradies so Kinoplätze, dann wird so eine Tür geöffnet, dann seht ihr Jahang und dann seht ihr, wie unsere Augen so rausplatzen, unsere Fleisch so am... Ja, das ist die Hölle. Okay, meine Frage, komm, gibt es keine Hölle? Ja, guck mal die Christen. Gibt es keine Hölle im Christentum? Hm? Gibt es keine Hölle im Christentum? Doch, natürlich gibt es eine Hölle im Christentum. Also auch, und wie wird man da bestraft? In der Ewigkeit bestraft, ja. Und wie wird man da bestraft? Was macht man da mit dir? Da wird das Feuer nicht erlichen und wo der Wurm nicht stirbt und ihre Qual, ihre Rauchen steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aha, und was muss ich dafür tun, als Christ in die Hölle zu kommen? Was ist der größte Fehler, den ich machen kann? Also, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland ablehnst, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Also, das heißt jetzt, ich bin Christ, ich nehme Jesus an und ich mache trotzdem noch Sünden. Also, ich muss aber nicht in die Hölle, weil wenn ich Jesus immer noch annehme und sage, scheiß drauf, ich kann jetzt Scheiße bauen. Aber ich... Wenn du mit so einem Gedanken losziehst und so bringst, dann war deine Bekehrung vergeblich. Ah, okay. Das hast du gut beantwortet. Der andere hat gesagt, nee, man kommt trotzdem ins Paradies. Nein. Der Herr Jesus Christus bezahlt ja auch für deine nachfolgenden Sünden, das ist ja klar. Aber wenn du hingehst und mutwillig seine Gnade ausnutzt, dann kann es sein, dass der Herr Jesus Christus dich vorzeitig aus diesem Leben rausnimmt, aber deine Seele am Tage der Auferstehung gerettet wird. Das gleiche haben wir auch im Fall im Korintherbrief, als der Junge von seinem Vater die Frau entspannt und mit ihr Verkehr hat. So sagt der Apostel Paulus, ich übergebe ihm den Satan, das sein Fleisch verdirbt, also dass der Satan ihn antasten darf, aber dass seine Seele am Tage der Auferstehung gerettet wird. Du siehst also, dass diese Sünde es gibt Sünden, die zum Tun führen können. Ja, komm zurück zu Michelin, du hast Freubert. Komm back, bro, komm back. Sagt derjenige, der hier ein Bild mit seiner Freundin da drin hat und Anime guckt. Das ist dann das Verständnis von Islam für ihn. Anime und Freundin Bild. Das ist das heftig. Ach, ihr Lieben. Ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal Haiebube machen. Das reicht für heute, oder? Meine Wundervollen. Dankeschön. Das ist also seine Cousine, ja kann auch sein, denn die heiraten ja ihre eigene Cousine, das ist ja heftig. So als würden die ihre eigene Schwester heiraten. Unglaublich, ey. Ach, ich habe echt lange gewartet, egal, mich interessieren, zwei Fragen. Du bist doch Christ. in welche Richtung gehst du? Also orthodox, katholisch oder protestant? Das sind alles Namen. Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes nach Johannes 3, Vers 3. Okay. Du glaubst an die Bibel und alles, was drin steht? Nein, ich glaube an Koran und alles, was da nicht drin steht. Okay. LGBTQ ist eine Sünde. LGBTQ ist eine Sünde, natürlich, aber nicht für im Islam. Nein, ich meine, im Christentum. Ja, im Christentum schon, aber nicht im Islam. Okay. Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage, ist laut dem Evangelium die Erde rund oder flach? Im Neuen Testament haben wir nichts davon stehen, aber im Alten Testament sagt der Prophet Jesaja in 40, 22, also Jesaja Kapitel 40, Vers 22, dass der, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Das Wort ist Chuk. Hebräische Wort für Kugel ist Chuk. Das kannst du selber nachschlagen in einem hebrischen Mexikon. Und auch im Buch Hiob steht, dass die Erde die Form einer Kugel hat. Okay. Ich glaube, es war in der Offenbarung, da steht, dass Jesus im Himmel kommen wird und dass jeder auf der Welt ihn sehen wird. Wenn, nehmen wir an jetzt, er ist jetzt über Österreich und ich wohne in Mexiko, wie soll ich ihn sehen? Ja, der Herr Jesus Christus macht das möglich, weil er omnipräsent ist. Das heißt, er kann sich zu jeder verschiedenen Ort und an jedem verschiedenen Zeitpunkt zeigen. Das kann doch Gott, oder nicht? Das heißt, also, ich habe so interpretiert, dass die Welt flach ist, damit ihn jeder sehen kann von jedem Ort. Nein, das ist der Herr Jesus Christus ist ja omnipräsent, omnipotenz. Das heißt, er kann überall zu jeder Zeit gleichzeitig sein. Das ist ja die Fähigkeit Gottes. Er kann sich also in millionenfach, milliardenfach aufteilen und überall zur gleichen Zeit sein. Sowohl da, als auch hier, als auch da, in Mexiko, überall, China, blablabla, überall. Okay. Und dann gibt es noch was. Jesus wurde vom Satan versucht und wurde auf einen hohen Berg gebracht, und von dort könnte er alle, wie sagt man das, alle, wild sehen. Ja, genau. Wenn die Erde laut dem Anfang Georg umrund ist, dann kann er ja in Mexiko zum Beispiel das nicht sehen, oder nicht? Nein, der Teufel hat versucht, ihn zu versuchen und hat ihm sozusagen als Metaphorik gesagt, dies alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst. Also damit will er sagen, siehst du diese Welt, wie sie vor dir ist, dass er den Hoch genommen hat auf diesem Berg und ihm so dieses ganze wunderschöne Reich so gezeigt hat, hat er drauf geblickt, der Jesus. Ja. Und hat er zu ihm gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also so metaphorisch, Bildsprache. Das heißt, er hat nicht alles gesehen, er hat nur einen Teil der Welt gesehen. Nein. Den man vom Berg gesehen konnte. Nein, der Satan, als er mit dem Herrn Jesus Christus auf diesem hohen Berg war und ihm das gezeigt hat, reiche dieser Welt, heißt das nicht, dass er ihm diese ganze Erde so gezeigt hat. Nein, er hat ihm gesagt, dies alles will ich dir geben, sozusagen, weil ich der Herr dieser Welt bin, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und der Herr Jesus Christus hat der Versuchung widerstanden, weil er der Sohn Gottes ist. Und dann hat der Satan versucht, Psalm 91 zu zitieren und hat gesagt, du kannst, warte, zitiere das mal, warte ganz kurz. Das ist sehr bezeichnend. Der Satan kennt ja die Bibel sehr, sehr gut. Besser als... Er war ja ein Engel. Genau. Und in Psalm 91 heißt es, dass du doch die Engel befehlen könntest, dass sie dich tragen, dass kein Stein dich stößt. Guck mal hier. Dass dein Fuß den Boden nicht berührt. Sehr gut, kennst du also die Stelle, richtig? Ich bin eh Christ, also das sind nur Fragen, die mich interessieren. Du hörst dich an wie so ein Moslem. Nein, nein, nein. Wir hätten gerade gegen den Koran argumentieren, aber du bist ja schon ein Moslem. Du bist Christ. Ja, ja, ja. Aber warte, ich lese das mal ganz kurz vor für die anderen, warte mal ganz kurz, auf Psalm 91 auf den Löwen. Hier. Denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen. Das zitiert ja der Satan im Psalm 91, dem Herrn Jesus. Und will ihn versuchen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Merkst du? Und somit hat sich die Prophezeiung auch erfüllt. Das ist alles Prophetie, alles. Ja, Matthäus 4, 6, ne? Ja. Richtig. Wie ich die Bibel liebe, ne? Es ist unglaublich. So ein komplexes, wundervolles Werk, ne? Absolut Hammer. Freut mich, dass du dich so gut rauskennst. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg und viel Spaß im Leben mit Jesus. Ich dir auch. Wer kann es mit der Bibel aufnehmen? Niemand. Der Herr Jesus Christus hat seine Geschichte geschrieben und hat seine Geschichte und wird seine Geschichte auch vollenden. Und ihr könnt euch noch so sehr auf den Kopf stellen und versuchen, dagegen etwas zu machen. Jesus Christus wird seine Geschichte vollenden und dagegen könnt ihr nichts tun. Die einzige Möglichkeit, ist es, ihn als Retter hier auf der Erde anzunehmen, anstatt ihm in der Ewigkeit als Richter zu begegnen. Und deswegen beten wir jetzt auch und dann gehen wir langsam Haia-Bubo machen. Wer auf die Knie gehen kann, der kann auf die Knie gehen. Das ist am besten. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen her und möchte dich loben, preisen und ehren und deinen heiligen Namen über alle Namen setzen, Herr. Und dir die Ehre geben, die dir zuteil wird, Herr. Du bist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, Herr. Und dies alles wollen wir hier bezeugen, Herr Jesus Christus. Dass du uns von der Sünde freigekauft hast, Herr. Dass du uns von dem Fluch der Sünde freigekauft hast, Herr Jesus Christus. Und dass wir durch dich leben dürfen, Herr. Herr Jesus Christus, bitte stärke uns weiterhin in unserem Glaubensleben, Herr. Und führe du uns bitte zum Licht, zu deinem Licht, Herr Jesus Christus. Und lass uns niemals in der Finsternis wandeln und Menschen die Möglichkeit geben, uns zum Straucheln zu bringen oder auch dem Satan, dass er versucht, uns anzutasten, Herr. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns weiterhin stärkst, behütest und beschützt, Herr, vor den Angriffen des listigen Teufels, Herr. Und nicht zulässt, dass wir wankeln oder auch straucheln, Herr Jesus. Ich bitte dich auch für den Bischof Marmari, Herr, dass er schnell wieder gesund wird, Herr Jesus Christus. dass er ja wieder deinen Weg eventuell dann auch einschlagen kann, Herr, dass du ihn da aus dieser verschiedenen Lehren rausholst und ihn zu deiner richtigen, wahren Lehre bringst, Herr. Dennoch möchten wir für ihn beten, Herr, dass er gesund und munter wird, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich auch für alle anderen, Herr, die hier drin sind, dass sie auch in der wahren, richtigen Lehre sind, dass sie sich nicht verführen lassen von irgendwem und ihnen ein falsches Evangelium gepredigt wird oder ein falscher Jesus, Herr, den die Apostel, deine Jünger, deine Apostel nicht verkündigt haben, Herr. Und ich bitte dich von Herzen, Herr, dass wir durch den Heiligen Geist viele Sachen oder beziehungsweise das Böse vom Guten dann unterscheiden können, auch durch die Schrift, dass wir erkennen und Weisheit erlangen, Herr, dass wir weiterhin im Geiste wandeln, Herr Jesus Christus, und unser Fleisch kreuzigen, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, noch viele wundervolle Gespräche zu finden, noch viele gute Seelen in unserem Leben zu lassen, Herr, dass wir sie zu dir führen dürfen, Herr Jesus Christus, Kraft deiner Heiligkeit, Herr. Und wir bitten auch für die Geschwister, die gerade am Leiden sind, weltweit, die unter der Hand des Islams gerade unendlich Leid zugefügt wird, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass diejenigen, die in dich, wegen dir, ihr Leben lassen müssen, dass sie wirklich in deine Herrlichkeit eingehen, Herr, und deine Herrlichkeit auch spüren, Herr Jesus Christus. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Okay, Wir machen jetzt langsam Schluss, ihr Lieben. Und dann würde ich sagen, dass wir uns eventuell dann morgen sehen, oder was, ja. Für heute ist es wieder gut. Wir haben jetzt schon elf Uhr. Ich bin fix und fertig, ihr Lieben. Dankeschön, danke, vielen lieben Dank. Ich hoffe natürlich, dass ihr wahrhaftig in der richtigen, gefestigten Lehre seid, ihr Lieben. Und dass der Herr euch auch weiterhin segnet in eurem Leben und euch das gibt, was ihr braucht. Ich weiß, dass viele von uns Probleme haben, Ängste haben, Sorge haben, aber wirft alles auf den Herrn Jesus Christus und habt keine Angst. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, das wisst ihr. Es ist manchmal leichter gesagt als getan, aber glaubt es mir, wenn ihr eure Probleme mit dem Herrn Jesus Christus anvertraut, ihr werdet nicht enttäuscht werden, glaubt es mir. Und das ist das. Lasst euch das gesagt sein. Der Herr Jesus Christus hat den Tod überwunden und ihr dürft aus Gnade leben. Allein das reicht ja schon, um deine Knie von ihm zu beugen und ihm Danke zu sagen. Für das, was du auch in deinem Leben gerade durchmachen musst, sei es zur guten Zeit oder zur schlechten Zeit. So ist das. Der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Merkt euch das. Und vergeltet niemals Böses mit Bösen, sondern überwindet das Böse durch das Gut. Amen. Gottes Segen, Gott segne euch noch. Familien bis morgen, so Gott will. Ciao.